Das war doch schon vorher krank. Untertitelung des ZDF, 2020 Wir könnten was hast du? Ich hab noch und nein dachte Das kann ja nicht ewig so weitergehen Alle sind gerannt wie die Haare Ich hab noch die Haare Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wobei, hier liegt ja überall Krams rum, müsste es doch eigentlich eine Möglichkeit geben, dass vielleicht doch irgendwo Äpfel rumliegen. Oh oh. Okay. Ich war ja der Hoffnung, dass ich da oben draufkomme. Da ist ein Slipper. Hm. Okay, dann geht's weiter. Und zwar zum Sektenlager. Da müssen ja auch Verkäufer oder sowas sein. Ja. So. Oh, Wolf, den wollen wir nicht bekämpfen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier sind mir viel zu viele Gegner. Alle stärker als ich und ich werde dabei drauf gehen. Wahrscheinlich zu 99,5%. Das ist auch ein Marsch, den man hier jedes Mal laufen muss. Nur weil man für den Apfel guckt. Guckuck. Heyo. Na? Na, was geht? Lass mich mal vorbei. Ach ja, grad von der Hundeschule eingekommen. Oh. Hm. Und selber. Joa. Arbeit, Arbeit und danach erstmal tiefenentspannt. Joa, und jetzt? Äh, hab ich gewartet. Wenn du so springst in Gothic, sieht das irgendwie aus, als würdest du fliegen. Ganz kurz. Ja, das ist immer Superman. Mhm. 90 Tode? Ja. Ah, gut dich wiederzutreffen. Wie ist es dir ergangen? Ist halt ein bisschen viel gewesen. Ach was. Ehrlich? Wie kommst du zu dieser Entscheidung? Ich hatte eine Vision. Der Schläfer hat zu mir gesprochen. Was hat er gesagt? Er sagte, geh in das Lager im Sumpf und schließ dich der Bruderschaft an. Du bist ein sehr reicher Mann, Fremder. Der Schläfer belohnt nicht viele auf diese Weise. Der Schläfer hat dich erwählt. Ist es dir wirklich ernst, mit deinem Wunsch uns beizutreten? Ah. Ja, ich will den Weg des Schläfers beschreiten. Geh zu Kurkalon. Sag ihm, ich schicke ihm einen wahren Anhänger des Glaubens. Gibt es Aufgaben, die ich für die Bruderschaft erledigen kann? Ich hätte da sehr wichtige Aufgaben für dich. Einer unserer Brüder hat sich mit einigen armen Seelen aus dem neuen Lager zusammengetan und angefangen Drogen herzustellen. Er besorgt das Sumpfkraut und alles, was sie sonst noch brauchen. Und die anderen stellen die Drogen her. Wir können nicht dulden, dass andere Drogen herstellen. Nur wir stellen Drogen her. Interessant. Was soll ich genau machen? Gehe dorthin und finde heraus, wo das Labor ist. Mach Platz. Okay. So, wie ist denn der Status bei dir? Wunderbar, ich wäre breit. Du wärst breit. Ja. Okay. Moment. Dann. Muss ich eben noch speichern. Virtuelle Kamera starten. Twitch reingehen. Just Cheating. So, dann wechsle ich auch mal perfekt zu diesem Zeitpunkt in die Szene. Ich bin natürlich noch auf stumm gestellt. Das wusste ich natürlich. Ach, war ich auch die ersten vier Minuten im Stream. Ach, cool. Cool, cool. Ja. Mein Muten-Knopf auf meinem Mischpunkt funktioniert wieder. Oh, was hast du gemacht? Gar nichts. Den PC neu gestartet. Ja. Ja. Das kann man mal machen. Ja. Das kann man mal machen. Ja. So. Äh. Äh. Okay. Okay. Oh mein Gott. Verdammt, jetzt weiß ich, was ich mir hätte zu Naschen holen können. Ich komm gleich wieder. Es gibt Dinge, die sind wichtig und Shoki gehört definitiv dazu. Wichtig und richtig. Okidoki. Dann muss ich noch den Multi anhängen. So. So. Sorry. Und was für eine Schokolade gibt es? Ähm. Alp-Milch-Luflé. Also die Luftschokolade. Die eigentlich Betrug ist, weil mehr Luft als Schokolade ist, aber die trotzdem einfach geil schmeckt. Okay. Das ist schon mal nice. So. Ja, du, äh. Ich wäre startklar. Ich auch. Okay, Moment. Äh. Was in der Hölle ist dieser Titel? Ja, dann, ähm. Herzlich willkommen bei Twitchclips, oh Gott. Bei Streamclips Germany. Mit, das war das Männerklo, Folge 271. Mit Manni zusammen. Warum denn das Männerklo? Ich denke, das werden wir gleich erfahren. Was? Eine Vermutung. Willkommen bei Streamclips Germany. Sie wollten schon immer seichte, aber tolle Unterhaltung haben? Dann sind Sie hier genau richtig. Folgen Sie jetzt rein und viel Spaß. Oh, ich renne einfach durch jetzt. Ist ja schlimm. Ah, Mama Mia. Stimmt der immer so? Wenn der stirbt? Ja, ich glaube ja. Aber was ist das bitte für eins? Ja. Vor allem mit Pistolen. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich habe absolut keine Ahnung. Oh, ich bin. Oh, ich bin. Jessica. Hallo, Gläster. Stop. Par. Ich bin nicht auf diese Idee gekommen. Ich habe mich gerade schon die ganze Zeit gefragt, was sie da macht. Ja, ich muss auch. Oh Mann. Du könntest vielleicht einmal den Gruber anheben. Gewicht senken, Helfer einstellen. Ich kann den nicht anheben. Oder? Du kannst ihn garantiert anheben. Ja. Vor allem fährst du deutlich schneller danach. Just saying. Oh Gott. Die Realisation. Ja. Das ist ultra weird. Okay. Nein, nein, guck, guck hier. Also. Also ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde, ich würde, ich würde drauf schießen. Was beschießen meint er? Das, es sieht so ekelhaft aus, dass er es töten will. Ah, okay. Lass schießen, okay. Ja, ja, ja. Ähm. Kennst du in einigen Oldschool-Restaurants gibt es, ähm, aus Plastik geformte Gerichte, so als Ausstellung, dass du sehen kannst, was du bestellen kannst. So sieht das aus. Hm. Ich hab auch noch nicht so ganz einen Plan, was es darstellen soll, wenn ich ehrlich bin. Ich, ich, ich glaub Curry mit Reis. Das sah nicht appetitlich aus. Ne, ne, das, das sieht irgendwie aus, einfach so eine Plastikform. Hm. Also ganz ehrlich, ich würde es erschießen. Ich würde, ich würde, ich würde drauf schießen. Es ist schon grau. Ja, es hat auch diesen Filter drüber. Aber das hat... Welches Spiel ist das? Lockdown-Protokoll. Nein. Du guckst dir diesen Screenshot an und hast... Ach so. ... sechs Gäste Zeit dafür. Gar keine Ahnung. Äh. Ich würde sagen, Ocarina of Time anhand der, äh, Schneeflocken. Das hat niemals Cell Shading. Guck dir das unten rechts an. Aber ist das wirklich Cell Shading? Ja, das Ding. Oh, oder Wind Waker. Okay, okay, okay. Ich sag Wind Waker. Okay. Ja? Oh! Alter, das ist Wind Waker! Ich würde so verkacken, ich kenne einfach gar keine Spiele. Äh, ja. Nee, wirklich, ich kenne wirklich fast keine Spiele. Vor allem nicht, was so ältere Spiele angeht. Okay, ich mach da immer aktiv mit. Ich hab nicht mal Donkey Kong gespielt. Oh, du Ärmster. Also, das ist meines Erachtens nach kein gutes Spiel, aber, ja. Ähm, aber wenn die die Videos raushauen, mach ich immer mit. Okay. Ich hätte, ich hätte jetzt mal der Fünfte gewöhnt. Was, Alter? Die erreichen eher das Gegenteil. Ich werde noch härter durchgegangen. Du bist wieder nackt. Nein, bin ich nicht. Doch, bist du. Ich kann so nicht arbeiten. Ja, ich weiß, mein Körper ist unausstehlich. Unausstehlich, ja. Wollte sie unwiderstehlich sagen. Ja. Ja, du hast Neon-Nova-Eisengestein. Ich war grad so verwirrt, ne? Ich hab grad kurz vergessen, dass es Zwillinge sind. Ich dachte, sie reagiert grad auf sie selber. Oh, gegen den Hartz 1. Ja. Auch nie gespielt. Er hat's ja hochgeworfen, oder? Ich geh vielleicht doch einen anderen Weg. Ich, äh, ich hasse mein Leben. So, als er da arbeiten würde, ist das typisch hin. Was passiert, wenn ich da drauf schieße? Oh. Hier roten Fässer. Oh, die explodieren. Und Kollege Schnürschen stirbt. Das ist nicht dein Ernst, oder? Aber das ist wieder so typisch Frau. Fragen und gleichzeitig dabei machen und nicht auf die Antwort warten. Ja, aber man weiß doch, dass rote Fässer immer explodieren. Nicht immer. Okay. Tofu selber machen. Ich weiß auch nicht, was Kaspar Schmauser ist. Ah, ah, jetzt. Guck mal, guck mal, guck mal. Jetzt, jetzt kommt das hoch. Jetzt kommt das hoch. Und jetzt schnell runter. Was tut sie da? Nimm den Topf vom Herd. Hallo. Oh, bist du dumm. Nimm den Topf runter. Das war doch jetzt extra, oder? Ich hoffe es. Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was sie mit dieser Handbewegung bewirken wollte. Luft reinfächeln. Aber das Einfachste ist ja eigentlich, sie hätte schneller rühren müssen. Und runterziehen. Und runterziehen. Ja. In der Kürze liegt die Würze. Doch ich mag es lang und dick. Und bist du... Ist der Kaffee noch heiß? Das ist... Ist das... Stimmt. Teste dich auch immer so, anstatt es in eine Tasse zu gießen und zu probieren. Du Ohrkopf. Alter, ist das dumm. Warum mache ich das da rauf auf meine Hand, ich Idiot. Ach, das ist nicht euer Ernst. Alter, was? Alter, was? Der ist davor liegen geblieben und schafft es nicht mehr die zwei Millimeter nach... Ach, ist das bitter. Ach, ist das dumm. Der Erbse. Wir wechseln. So. Das macht man auch nicht dreimal. Als Mann. Als Mann machst du... Aber das machst du immer nur mit dem Deo von dem Kollegen, von dem du es dir geliehen hast. So. Oh, wie geil. Aber wie dumm kann der Zufall sein, dass genau das passiert. Ja. Funfact, ein Arbeitskollege von mir hat an seinem allerersten Arbeitstag bei uns in der Firma, ähm, musste der auch einen Hydranten wieder zudrehen, der hochgegangen ist. Oh Gott. Und die Wassersäule war ziemlich hoch und er musste halt in die Wassersäule rein, um den Hydranten wieder zuzudrehen. Der ist danach erst mal wieder nach Hause gefahren und musste sich umziehen, weil er bis auf die Unterhose nass war. Ich wollte gerade fragen, ist das dann Arbeitszeit, wenn du nach Hause fahren musst oder Pech gehabt? Äh, in der Regel haben die, ähm, um, also Umziehtklamotten in der Firma, die haben ja alle einen Spind und Kleider quasi. Ähm, aber wenn da auch nichts ist, ich denke, bei uns sagt auch keiner was, wenn du eben nach Hause fährst und dich umziehst. Weil, was willst du denn machen? Willst du die ganze Zeit in den pitschnassen Klamotten rumlaufen oder was? Ja, das war jetzt die Frage, ne? Nee, nee, ich denke, dass die dann mal eben nach Hause dürfen und sich umziehen dürfen. Ja, klar. Okay, ich bin da, wo ich bin. Äh, ich bin da, wo ich bin. Du hast sie getötet. Ob hier ist sie. Oh, das ist doch schon mal direkt ein Spiel für dich, oder? Nee, 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 nee. Dafür dürfen all die Leute vor unseren Toren weiterleben. Du bist ein Held für die meisten. Doch für mich bist du der Mörder meiner großen Liebe. Der Mörder meiner großen Liebe. Hihi, you, Casey, wiu, du konntest ihn nicht in Ruhe lassen und warum rollt sich mein Mittelfinger so zusammen? Hä, wieso fahren wir aber die Bots nicht? Und Cyborg fährt, glaube ich, auch nicht, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, was geht hier ab? Hä? 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 Ja, das ist der sagenumschreibende Netcode von Nintendo. Ist mir noch nie passiert. Und ich habe sehr, sehr viel Mario Kart gespielt. Ach, das, äh, ja. Der ist begeisternswert. Was passiert dir? Hä? Das ist traurig, ja. Okay, und woher mich traurig? Darf ich jetzt ballern? Nein. Oh Gott. Oh, voll das geile Setup. Geiler Raum. Ja. Gut, geh wieder raus, du versaust den Raum. Er weiß, dass die Kamera an ist. Das stellt er gerade fest. Digger. Wer hat denn die Kamera gewinnt? Oh, den Ventilator habe ich auch. Ach, du Scheiße. Wir haben die Kamera gewechselt. Ich dachte gerade, hä? Nein. Wir müssen noch was analysieren. Also so einen ähnlichen. Nicht genau den gleichen, aber... Der sieht ihm schon ziemlich ähnlich. Oh ja. Außer, dass meine hier vorne silber ist und nicht schwarz. Ja, und ich glaube, seiner ist größer. Ein bisschen. Oder zumindest ein Sticker. Also so viel größer ist er, glaube ich, auch nicht. Ja. Aber das ist übrigens der Ventilator, den ich letztens gesucht habe, der bei mir auf dem Schreibtisch stand. Ah. Mach mal bei dir die Werbung von YouTube aus. Wie kann man an so einem Tisch gemütlich sitzen? Wenn du genau vor der Tastatur sitzt, hast du direkt das Regal an deinen Füßen, an deinen Knien. Das ist ja voll unbequem. Ja, das dachte ich mir auch gerade. Also der Raum ist so geil eingerichtet und dann so. Der Raum sieht richtig gut aus. Das muss ich dem echt lassen. Der sieht schon sehr, sehr nice aus. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, das immer sauber zu machen. Vor allem die weißen Paneele, wo ja zum Glück überhaupt kein Staub draufliegen bleibt oder so. Ach du Scheiße. Wir haben die Kamera gewechselt, ich dachte gerade, hä? Das es angemeldet werden sein muss und wenn das nicht gemeldet ist, dann müssen wir es auflösen, ist ja klar. Ich hoffe, der hat kein Sponsorship mit Displate. So 10 Minuten vorher. Ja, und der heutige Sponsor ist Displate oder Wumm? Ja. Ich glaube, ich müsste das richtig eingestellt haben. Geht mal rein. Seht ihr, was ich sehe? Am ungewohntesten ist natürlich für mich, dass ich gerade den Chat nicht sehe. Sie sieht den Chat nicht und weiß nicht, dass wir ihn nicht sehen. Das ist bitter. Oh ja. Das hat mich auch richtig viel Zeit gekostet, das bei mir einzurichten, dass man mich sieht. Nee, nicht mich sieht, aber dass man das Spiel sieht und ich den Chat sehe. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine VR. Obwohl die schon die neue hat. Das ist ein bisschen besser bei der neuen Brille. Kannst du nämlich theoretisch auch nur deine Hände benutzen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, anstatt die Joysticks? Ja, kannst du. Du kannst auch einfach dich bei Meta anmelden und das ganze Spiel im Browserfenster öffnen. Hm. Dann hast du es direkt in der Anzeige. Also da kannst du einfach das Browserfenster einbinden in deinem Stream und fertig. Also das ist ein Kollege von mir hat die deswegen. Ah, das ist ja cool. So haben wir das bei mir. Also ich habe es auf dem 55 Zoller Laufen gehabt und der andere hat gespielt. Das war ganz lustig. Auch geil. Ich bin, ich, ich war so traurig. Wir, wir mussten doch unsere Maße abgeben. Äh, an Lena. Ich bin, ich, ich war so traurig. Wir, wir mussten doch unsere Maße abgeben. Äh, an Lena. Ja, bevor wir das Shooting gemacht haben, nicht wahr? Ja. Und Sandra hatte meine Maße genommen und auf einmal fängt sie an zu lachen, dreht sich weg und hört nicht mehr auf zu lachen. Ich so, was ist denn los? So, okay, ist irgendwie, ist meine Hose runtergefallen, irgendwas an mir? Nein, sie hat mir meine Maße gezeigt und ich bin oberkörpermäßig ein, ich bin ein Kasten. Das ist, meine Brust ist wie mein Bauch, ist wie meine Hüfte, ist wie alles. Ist alles ein und dieselbe Zahl. Du bist aber ein Zauberwürfel. Du bist aber ein Zauberwürfel. Oh, wie geil. Nein, ich habe keinen schwarzen Bildschirm. Hm. Komisch. Vielleicht mal ein Grafikkartenabtreiber. Abtreiber, genau. Abtreiber. Der gute Grafikkartenabtreiber. Oh, wir kennen dich. Das habe ich noch nie erlebt. Also, das ist, das ist Endlevel von, von Paketboten. Ich stell doch nicht an, um dann zu sagen, Morgen, es ist 7.55 und ich habe dein Paket heute nicht dabei. Hä? Das habe ich noch nie erlebt. Ja, vor allem. Guten Abend. Woher weiß der, dass die Pakete bestellt haben? Wenn der es nicht dabei hat. Äh, ja, sehr gute Frage. Sehr fragwürdige Frage. Mhm. Ich... Ich... Wir bieten auch Schnabeltassen und Windeln an. Diese dürfen gerne im Stream getestet und vorgeführt werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Ja, ich habe es euch nicht gesagt, Gushis. Wir haben einen neuen Partner hier im Stream. Und zwar Thrombosestrumpf24. Oh Gott. Ähm, ja. Ah, wie fies. Könnte aber auch lustig sein. Mhm. Kriegst Geld dafür, hältst einfach den Thrombosestrumpf in die Kamera und das war's dann. Hm. Und wieso bist du denn jetzt wieder rausgekommen? Was ist denn mit dir los? Hä? Was bist du denn? Für ein Kamerageiles Viech. Ist das dein Ernst? Oh. Das ist laut. Mhm. Hast du es schon gesehen? Naja. Dankeschön. Aua. Hatte sie gestoppt. Klapp schon, aber egal. Dankeschön. Was war das denn? Wer ist sie? Da drin ist sie noch. Oh mein Gott. Wir halten gleich mal. Machst du tot? Oh mein Gott. Machst du tot? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Der hat mir voll in die Backe gestochen. Die Wange. Die Backe ist hinten. Machst du weg? Das stell ich mir auch am schlimmsten vor. Du fährst Auto, die sind ja zum Glück nicht schnell gefahren, aber schöne Biene im Auto und dann, die geht Mayhem. Ich weiß nicht, ob das eine Biene oder eine Bremse war. Ja, Bremse ist ja nicht so schlimm dann. Was? Eine Bremse ist viel schlimmer als eine Biene. Nee. Doch. Okay. Hä? Die tun viel mehr weh, wenn die Beißen stechen oder was auch immer diese Viecher tun. Äh. Ja. Mein letzter Bienenstich war so groß. Also so tellerförmig. Ja. Fun Fact. Ich habe beim Tretbootfahren bei uns auf dem Staudamm, Stau-Teich, wie auch immer, ähm, ich saß hinten und wir haben vorher ausgemacht, wenn irgendwo eine Bremse sitzt, dann einfach zuhauen und später erklären. Ich habe dem vor mir gerade noch den Rücken massiert und dann gebe ich ihm voll die Backpfeife. Haha. Der dreht sich um mit so Augen so, was habe ich getan? Ich so, Bremse, die Leiche liegt hier unten. Ach Gott. Ach Gott. Echt im einen Moment schön gemütlich massiert und im anderen Pau. Ach, so muss das. Ja. Wir haben vorher ausgemacht, einfach zuhauen. Keine Zeit für Erklärungen. Wurdest du schon mal von Tigermücken gestochen? Nein, ich glaube nicht. Sei froh. Darauf reagiere ich zum Beispiel allergisch. Ach, shoot. Ja. Das war auch super. Also ich finde... Sehr ungünstig. Äh, aber nach wie vor Bienen schlimmer als alles andere. Oder Wespen. Also die Stiche davon. Naja. Ich finde Bremsen, also die Pferde bremsen, weil die sind nicht nur riesig, sondern tun auch noch Schweine weh. Ja, im ersten Moment, aber danach ist es ja weg. Das brennt total, wenn die stechen. Okay, vielleicht bist du auch allergisch gegen die. Ja, es schwillt zumindest nicht wahnsinnig groß an oder so. Ah, okay. Das hat es bei mir bei den Tigermücken. Ja. War das nicht das, wo du letztens gestochen wurdest? Was du mal gezeigt hast? Ja. Ich wollte schon sagen, da war doch irgendwas, ne? Ja, ja, genau. Das waren die. Das war super. Es ist echt... Es ist widerlich. Also ich komme aus dem Saarland, ich liebe das Saarland, aber... Und wenn du jetzt die ganze Zeit so mit dir redest, findest du das geil? Sexy? Es ist furchtbar. Der T-Shirt drin. Nein. Der T-Shirt. Nein. Mein sexy T-Shirt. Es ist nicht... Ja, aber ich habe den Spiegel auch zu Hause liegen lassen. Ich musste mal ganz kurz Hände waschen gehen. Ja, dann... Neh mal. Aber nicht hier ist Männer, Nadine. Ist mir doch egal. Geh doch nur Hände waschen. Oh, die nimmt bitte... Ich lass dich. Ach das waschen. Ich lass dich, ey. Du hast wohl jetzt nichts anderes. Oh nein, da gucken's sogar Männer rein. Oh nein. Bye. Ich geh nur Hände waschen. Damit hab ich geguckt, ob sie richtig sind? Der Mann dann direkt so... Oh, Männer... äh... Frauenbesuch. So, ich geh nur Hände waschen. Haha. Oh Gott. Ich habe ja auch meine Sünden und ich sage euch, Shisha kannst du sehr gut auch mit WSD und Maus rauchen. Du musst das Ding nur zwischen deine Beine klemmen. Warte, das hört sich auch falsch an und es sieht dann auch falsch aus. Aber ist egal, es funktioniert. Okay. Ich habe gelernt, keine Fragen zu stellen. Ja. Da ist eine Unterkunft. Da, da. Ah, hier geht es auch. Wohin? Ich bin draußen. Du bist irgendwie verschwunden gerade vor mir? Ja, ich bin draußen. Wie geil. Also ich höre gerade auf alle Fälle was fahren. Ich muss jetzt meine Fahrschule wiederholen. Ich wäre gerade fast zu uns runtergekommen. Oh, jetzt kommt er wieder hoch. Ja, ich bin noch nicht an dem Befall. Naja, gut oder auch nicht, ne? Und der hat die Seelen dafür halten. Kannst du mal bitte jemanden klippen? Was ist deine Lüge und warum hast du diesmal gemacht? Mein Vater fährt seit 20 Jahren jedes Mal Mercedes. Und er wird sich sehr, sehr, sehr überfreuen. Dann ist dein Vater reich genug, um dir das Modell zu kaufen. Warum ich ein Kondom genommen habe? Warum du das genau hast? Ein Kondom. Warum machst du das angenommen? Keine Ahnung, Digga, weil ich ein Netz einwollte. Wissen du Kondom? Kamber zusammen beim Creator. Wollt ihr ein Kondom haben? Ja. Kannst du sagen. Brauche ich nicht. Ich spiele Valorant. So will ich. Ich spiele Valorant. Ich habe keine Freunde. Freundinnen, wie auch immer. Oh Gott. Mach dir nichts draus. Ich habe auch kein Hallo bekommen. Hä? Wir sind direkt ins Gespräch. Nein. Jetzt habe ich es doch. Wie geht es eigentlich deiner Maus? Gut. Das waren nur ein paar Tropfen Cola. Obwohl es bei der Tastatur auch nur ein paar Tropfen Eistee waren und trotzdem die ganzen Tasten geklemmt haben. Oh Mann. Deswegen gibt es nur noch Wasser. Ja, oder du musst aus Flaschen trinken. Das geht auch. Oder zuckerfrei. Dann klebt das nicht. Ich spreche hier von. Als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, war Wasser zuckerfrei, muss ich sagen. Auch gemacht. Okay, Leute. Ich muss das mal ganz kurz sauber machen. Oh, jetzt habe ich es schon wieder umgeschmissen. Ich hasse alles, ne? Wieso hat sie die beim ersten Mal nicht zugemacht? Ich weiß es nicht, aber ich feier es. Oh Gott. Hier gibt es ein Bällebot. Auf, auf, Schwanzjagd. Das ist bitter. So. Auf der Gamescom. Na ja, ich glaube, da wissen alle, ähm, also da laufen noch alle mit irgendwelchen komischen Alarmboxen rum. Ja, true. Ich habe jetzt nicht wirklich gerade Monster-Energie über meine Schulter gepackt. Oh, warte. Ja. Nee, oder? Oh, wie dumm. Ey, der Ruter. Was? Das könnte halt ich sein. Nur dein T-Shirt. Doch, der Ruter. Das wäre jetzt so gut gewesen, wäre das jetzt einfach so weg. Ja. Der Ruter-Fump. Ist das Tobi? Ähm, habe ich auch erst gedacht, aber von der Stimme her kommt es nicht hin. Nein, das ist jemand anderes. Aber er sieht Tobi schon ziemlich ähnlich. Vor allem, warte. Wieso gehst du nicht? Dieser traurige Blick. Ja. Ihr hattet schon auch gehört. Da macht jemand einen Handstand an der Wand und fickt die Wand dabei. Oh ja. Was zur Hölle geht ab? Ich möchte kurz anmerken, dass gerade, ähm, mal journalistische Arbeit, ja, äh, ich habe gerade einen Moment der Zeitgeschichte festgehalten. Oh Gott. Voll gut. Ja. Höchsten Respekt, wenn man so gut spielen kann. Ich hatte keinen Nerv drauf. Also, das zu lernen. Ich, äh, kann, kann Querflöte spielen. Es hat sehr lange gedauert. Auf der Realschule. So, von der sechsten bis zur zehnten Klasse. Und ich konnte es nicht. Also, so ein bisschen nur. Und immer, wenn die Lieder mir zu schwierig waren und wir auf Konzerten waren und mir das zu peinlich war, dass, das, ähm, dass ich mich verspielen könnte, habe ich nur so getan, als würde ich spielen. Okay. So kann man es auch machen. Ah, ja. Das, das, das war gut. Das ist halt eine gute Sache. Nope. Und war, oh mein Gott, wirklich, I can't. Nochmal, Klippi, du, du mutest ja immer und Scheiße und Dreck und solche Sachen. Ich gebe dir jetzt mal ein paar Sounds vor, die kannst du einfach einblenden. Es ist viel witziger. Was für echt lustiger. Es ist viel witziger als Silence zu hören. Test es mal. Treffen ist ein Warnsignal. Wenn ihr mein Buch nicht kauft, dann bin ich heute Nacht unter eurem Tisch. Unter eurem Bett. Ich meine euer Bett. Ich, ich, ich würde mich nur darauf hinweisen. Diese Mühle, nicht, dass ihr auch reinfällt, weil, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, ich bin in der Mühle. Also bei mir ist er nicht. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Vor allem, wie der Kopf noch mitkam. Oh nein, Hilfe, Hilfe. Ich weiß auch gar nicht, was abgeht. Was soll denn? So, können wir umlagern. Jawohl. Auf drei kommen wir nur. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ja, und. Was ist da passiert? Ich schwöre dir. Der ist rausgeklippt. Und dann. Oh, wow. Ja. Was ist das denn? In dieser Redaktion arbeiten ist der geilste Job der Welt. Schatz, was ist passiert? Steffi Graf, von Schlägern zum Krüppel gemacht. Von Schlägern zum Krüppel gemacht? Na, ich würde jetzt tippen, dass sie eigentlich zusammengeschlagen wurde. Ja. Aber das hätte ich gehört. Was hat sie für einen Sport betrieben? Ah, lol. Die war ja Tennisspielerin. Ja, ihr Knie und ihre Hüfte sind kaputt vom Tennisspielen. Oh mein Gott. Das wäre richtig smart. Das ist krass, oder? Das wäre richtig smart. Oh, ist das kacke. Das ist so Clickbait. Ja. Das ist nichts anderes als fucking Clickbait. Ja, aber damit verdienen die Geld. Hm. Pino. Ja. Oh Gott. Das geht doch. Ja, das geht doch. Was? Okay. Was? Nichts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe einfach Gronkh über, ich habe einfach Gronkh über ein Bett. hängen. Jetzt kann ich in Frieden schlafen. Oh Gott. Stell dir mal vor, du hast ein Poster so über dein Bett hängen und der guckt dich mit diesem Blick an, wenn du gerade Dinge tust. Pures Judgment. Ich weiß genau, was du da unter der Decke tust. Du brauchst gar nicht so tun, um es zu verbergen. Ja. Oh Gott. Ich bin immer noch so mächtig auf deiner Position. Tja. Oh Gott, dafür wäre ich bestimmt zu dumm. Ja. Also nicht ja bist du, sondern ja ich auch. Erik, ja, daran dachte ich auch gerade. Das war nur eine... Das war nur eine... Das war nur eine... Das war nur eine Feststellung. Das war gar keine Frage. Nein, das... Ja. Nackt ist es. Ey, scheiß doch auf jede Uniform. Diese Rüstung taugt mir nicht. Ich muss nackt kämpfen, so wie Gott mich zuf. Okay. Das coolen Leitmotiv steht für die Qualität, die Jinja dazugebracht hat. Oh, das coolen Leitmotiv steht für Qualität, die ich dazugebracht habe. Der Moment der Realisation. Ich empfieh dich. Nein! Also Engi, das ist echt cool. Wie gut dieses Bild ist. Schreibt mir eine Zahl in den Chat, ich beweis euch was. Schreibt eine Zahl. Sechs. Sechs. Acht. Acht. Aber das beschreibt Asche gut, also. Mhm. Ziemlich. Ach! Ja, das ist, ähm, das beschreibt mein Bild, was ich von Asche habe. Das finde ich, Montagmorgens vor der Arbeit, um mich zu motivieren. Oh ja, das war ich Donnerstagmorgen vor der Arbeit. Hm. Nach dreizeinhalb Stunden arbeiten. Ich auch. Oh. Ich hebe ab. Nichts hält mich am Boden. Wie spontan ist das denn bitte? Voll geil. Bin so lange nicht geflogen. Ah, wie gut. Aber Ranger, du bist doch gar nicht dick. Ich kann es sogar beweisen. Dicke sind lustig. Ja. Danke. Da war er aber lustig. Ah nein, ich glaube, das war eine Chatnachricht, die er vorgelesen hat. Ja. Oh mein Gott, das war, das war sehr gut. Das war sehr, sehr gut. Ach, der Ärmste. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Das ist doch unfehl. Shift und Tab drücken. Warte. Gleichzeitig. Über 50.000 Menschen in Deutschland können immer noch keine richtige Steam-Einladung verschicken. Schreib dich nicht an. Ist das gut? Ob du uns auch verwesten, welcher Fakt interessant ist? Entschuldigung, dass Marcel im Pissen steht. Äh, Marcel im Stehen pisst. Das ist ja im Stehen pisst. Oh, ist das schlimm. Warte, ich glaube, ich habe den Faden verloren. Das ist nicht gut, vor allem, wenn du deine Tage hast. Oh Gott. Ja, dann hilfst du noch drücken. Als Kind habe ich so gerne. Dann hilfst du noch ganz, ganz feste drücken. Oh Gott. Ich habe nur mal gesammelt. Ich kann mir das irgendwie gar nicht mehr so vorstellen. Weil ich jetzt mittlerweile halt so aus Angst. Den hast du mit einer roten Kugel geschossen. Oho. Plupp. Du musst allerdings hoffen, dass es voll genug ist. Ansonsten bleibst du halt einfach leben. Okay. Habe vor so Insekten und so'n Scheiß. Aber Baby Remade damals ohne kein bisschen Furcht oder so von diesen Viechers. Habe einfach alle in meine Hand gepackt. Und dann immer, ich hatte dann immer halt so einen Ort, wo ich alle hingetan habe draußen. Und ähm, ja. Rette dich. Okay. Halt durch. Buckets. Noll. Oh, wie ruhig. Nein. Doch. Das ist jetzt nicht. Das müsst ihr klippen. Meine Sandra. Oh mein Gott, wisst ihr, was man machen kann? Oh mein Gott. Oh mein. Kleiner hin. Ich werde, bitte. Verurteilt mich jetzt nicht für das, was ich tue. I'm sorry, okay? Ich komme mich nicht zurück an. Oh, wie gut. Du drückst du schon? Ja, ja. Wir drücken beide. Ja. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht funktioniert, Matthias. Du verarschst mich, du drückst mich. Nee, ich kann doch nicht mehr jetzt. Matthias hat auf jeden Fall deutlich die bessere Technik. Seine Hand ist so eingeknickt. So, jetzt drück. Oh. Ah, was macht denn die Hand? Die Hand war gerade am Tisch. Das ist illegal. Okay, jetzt wieder weg. Am Knie. Okay, das ist okay. Ja, es ist schon over. Oh Gott. Dieser arme 48-jährige Mann. Das war's jetzt. Was soll denn jetzt noch werden? Ach so. Jetzt ist es vorbei. In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht. In Videospiele bist du gut, aber in real life nicht. Ich mache mein Bett immer frei, ich ziehe meine Bettbecke gerade und dann mache ich mir so Häufchen aufs Bett. Okay, das klingt falsch. Klamottenhaufen aufs Bett. Ich wusste ins Sinn, wovon sie redet. Oh mein Gott, Alter. Was war das? Oh, wie gut. Alter, Scheiße. Alter, was? Oh. Alter, habt ihr das gesehen? Oh mein Gott, ich habe die getrüppelt hält. Voll gut. Voll, voll gut. Oh ja. Ja. Aber ich muss das tatsächlich ein bisschen leiser machen. Das war sehr, sehr laut tatsächlich. Stream Clubs. Jeremy. Upp, upp. Genau. So, und dann habe ich noch... Ähm... Äh, äh, äh. Von Borderlands 4 bis Mafia 0. Die Neuankündigung der Gamescom 24 von GameStar. Hm. Und ich glaube, da dürften richtig coole neue Spiele drin sein. Und ein paar verwirrende. Habe ich so gesehen. Hm. Dann mal go. Im Rahmen der... Hast du das Intro gesehen? Von der Gamescom? Nein. Es ist so gut. Also das, was wir gerade sehen, ist das Intro. Gamescom wurden mal wieder jede Menge neue Spiele angekündigt. Und in diesem Video zeigen wir euch all diese Neuankündigungen. Allerdings konzentrieren wir uns auch wirklich nur auf die ganz neuen Spiele. Games wie Civilization 7, Monster Hunter Wilds und Indiana Jones haben zwar neues Gameplay gezeigt, wir wussten ja aber bereits, dass all diese Spiele kommen. Aber von den Spielen in diesem Video war noch keines offiziell angekündigt, auch wenn es schon das ein oder andere Gerücht oder eine kleine Andeutung gab. Wir gehen der Einfachheit halber alphabetisch durch die Liste und starten direkt mit einer der größten Neuankündigungen. Borderlands 4. Oh ja, da freue ich mich auch schon drauf. Gut, nach dem fürchten... Ich habe noch nicht einen Teil davon gespielt, aber alle in meiner Bibliothek. ...durch den Start des fürchterlichen Borderlands-Films kann das Franchise mal wieder ein paar gute Neuigkeiten gebrauchen. Der erste Trailer verrät fast gar nichts, aber vermutlich wird die Story wohl direkt an das Ende von Teil 3 anschließen. Wie genau und mit welchen Charakteren wissen wir aber noch nicht. Es geht aber wohl nicht direkt nach Pandora, sondern auf einen komplett neuen Planeten. Spekuliert wird auch, dass vielleicht Handsome Jack irgendwie zurückgeht. Und wenn man wieder zurückkehren könnte, Borderlands 4 wird wieder von Gearbox-Software entwickelt und soll 2025 für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X und S erscheinen. Die Spieler sind einfach ziemlich lustig, finde ich zumindest. Ja, ich glaube, ich muss mir die nochmal anschauen. Ich weiß halt nur noch nicht wann, weil es kommt jetzt halt schon wieder ziemlich viel raus. Oh ja. Im Koop machen die aber auch echt Laune. Also, wir haben das zu zweit oder zu dritt gespielt. Zu viert würde das auch ziemlich reinhauen. Also das ist, aber es ist ein Looter-Shooter. Oh, looten kann ich gut. Shooten könnt ihr dann. Ja, du läufst durch und kämpfst einfach gegen Horden. Machst irgendwelche Quests und kämpfst weiter. Also das ist wirklich so auf die Fresse. In Crisis X verschlägt es uns an die Westküste der USA in den 1990ern. Hier überzieht eine schwere Plage das Land, nachdem ein wissenschaftliches Experiment ordentlich schiefgegangen ist. Na, das ist ja mal wieder typisch. Um da lebend herauszukommen und zu erfahren, was überhaupt los ist, müssen wir viele fragwürdige Allianzen schließen. Irgendwie sieht das sehr ruckelig aus, was das Auto gerade gefahren ist. Oder meine ich das nur? Nee, das dachte ich auch. Es erscheint 2025 für Xbox, den PC, iOS und Android. Deswegen sieht das so ruckelig aus. Weil es für Handys programmiert worden ist. Ja, okay. Und das war wahrscheinlich jetzt so der 30 FPS Cap und die haben es mit 60 FPS aufgenommen oder so. Hm. Direktiv 80-20 ist die erste Episode der zweiten Staffel der Dark Pictures-Spiele. Der vorherige Teil, The Devil in Me, deutete in seiner Nachklappe das Sci-Fi-Setting bereits an, doch jetzt kam erst die offizielle Ankündigung. Die Hollywood-Schauspielerin LaShana Lynch spielt hier die Astronautin Brianna Young, die auf einer Mission ist, um die Menschheit zu retten. Mensch, gar kein Druck. Brianna soll einen neuen bewohnbaren Planeten finden, denn die Erde stirbt. Der einzige in Frage kommende Planet ist allerdings schlappe zwölf Lichtjahre entfernt und natürlich crasht die Crew bei der Ankunft und merkt schnell, dass sie nicht allein sind. Denn die Aliens, denen wir begegnen, können ihre Gestalt ändern und so unsere Crew nachahmen. Wir können also niemandem vertrauen. Zusammen mit der filmreifen Inszenierung der Dark Pictures-Spiele klingt das alles ziemlich spannend. Direktiv 80-20 erscheint irgendwann 2025 für den PC, die Playstation 5 und die Xbox Series X und S. Die älteren Konsolengenerationen gehen leider leer aus. Solche Spiele kann man total gut einfach im Stream angucken, finde ich. Also selber spielen wäre das, glaube ich, ein zu langsamer Spielverlauf. Hm. Aber zugucken macht Laune. Ja. Was einst als zweiter DLC für Dying Light 2 begann, wurde auf der Gamescom jetzt als Standalone-Fortsetzung angekündigt. Dying Light The Beast spielt zehn Jahre nach dem ersten Serienteil und bringt auch dessen Protagonisten Kyle Crane zurück. Crane war in Gefangenschaft und an ihm wurden Experimente mit dem Zombie-Virus durchgeführt. Jetzt ist er auf Kracher aus, kann aber auch übernatürliche Kräfte einsetzen. The Beast bringt eine komplett neue Open World, die einst ein beliebtes Urlaubsziel war. Und von Wäldern und kleinen Ortschaften geprägt ist. Es gibt wie im Dying Light 1 Add-on The Following wieder nutzbare Fahrzeuge und die Gegner setzen jetzt auch Schusswaffen ein, nachdem Dying Light 2 die Schusswaffen ja Anfang des Jahres schon per kostenlosen Update für die Spieler zurückgebracht hatte. Apropos kostenlos, wer die Ultimate Edition von Dying Light 2 gekauft hatte oder noch kauft, bekommt The Beast ohne Zusatzkosten. Echoes of Mistralia ist die Fortsetzung von bereits sehr guten Mages of Mistralia und bringt das Zaubersprüche-Crafting aus dem ersten Teil zurück. In dem Roguelite-Action-RPG geht's erneut in die Welt von Mistralia. Diesmal spielen wir Mazerim, einen Beschützer des Zirkels der Erinnerungen. Unsere Aufgabe? Wir sollen die Schatten der Vergangenheit von Mistralia bekämpfen. Wie im ersten Teil basteln wir dazu auch unsere ganz eigenen Zaubersprüche. Diesmal soll das System sogar noch weiter ausgebaut worden sein. Echoes of Mistralia erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es noch nicht. Für Everspace 2 war bislang nur eine DLC-Erweiterung geplant, doch jetzt werden zwei Addons daraus. Das erste heißt Titans und bringt schon im September zwei neue Questlines, die sich um gewaltige Gegner drehen. Der erste ist ein lange vergessenes Schlachtschiff. Die andere Bedrohung sind die riesigen Leviathane, die auch als wiederholbare Events ins Spiel kommen und in die wir sogar reinfliegen können. Das Innere der im Weltraum lebenden Giganten ist dann prozedural generiert, damit es nicht zu schnell langweilig wird. Everspace 2 Titans soll am 16. September rauskommen, 15 Euro kosten und auch neue Charaktere und Ausrüstung bringen. Der zweite, nochmal deutlich größere DLC soll dann 2025 folgen. Wer sagt denn, dass das Ende der Welt immer schlimm sein muss? In Floatopia besiedeln wir fliegende Balloninseln gemeinsam mit unseren Freunden und lassen die Seele baumeln. Floatopia ist eine Lebenssimulation, die mit ihrer Knuffigkeit Animal Crossing Konkurrenz macht. Und das könnte sogar funktionieren. Es gibt Multiplayer, wir können unsere Wohnung und unsere Inseln frei einrichten. Sogar Terraforming ist dabei. Und wir können noch andere Inseln besuchen. Allerdings wird es wohl keinen Charaktereditor geben. Stattdessen spielen wir vorgefechtigte Figuren, die alle ihre eigenen Superkräfte haben. Allerdings sind die coolen Superkräfte natürlich alle schon vergeben, weshalb für unsere Charaktere nur die nutzlosen Fähigkeiten übrig bleiben. Na super. Auf unseren Reisen mit anderen, die genauso wenig nützliche Fähigkeiten haben wie wir, sollen wir dann lernen, dass jede noch so nutzlos wirkende Kraft auch eine Stärke sein kann. Wenn dann noch einige Komfortfunktionen, Crossplay und Crossprogression dazukommen, die bei Konkurrenten wie Animal Crossing fehlen, könnte das hier ein richtiger Hit für Genre-Fans werden. Mehr erfahren wir, wenn Floatopia irgendwann 2025 für den PC, die Nintendo Switch, die Playstation 5 und die Xbox Series X und S erscheint. Ich bin eindeutig 20 Jahre zu alt dafür. Ja, es ist jetzt auch nicht unbedingt ein Spiel, was ich mir holen würde, wenn ich ehrlich bin. Ja, ich glaube, das würde ich... Ich glaube, meine Nichte würde das cool finden. Ja, das sieht auch eher so... Die ist 10. Ja, das... Das ist auch, glaube ich, eher so die Ansprechgruppe. Ja, glaube ich auch. Aber süß gemacht ist es schon. Ja, oh. Einen der witzigsten Trailer der Gamescom-Opening Night Live hatte Goat Simulator Remastered. Das Remaster, das niemand haben wollte. Und nein, das sage nicht ich. Das sagt im passend selbstironischen Ton die offizielle Beschreibung des Spiels auf der Steam-Seite. Das Remaster kommt mit verbesserter Grafik, allen DLCs und angeblich auch mehr Bugs als möglich scheint. Gut, das ist die Goat Simulator-Erfahrung. Am Gameplay ändert sich aber nichts. Es geht darum, in einer Sandbox-Welt einfach so viel Chaos zu veranstalten wie möglich. Abgedrehte Spielmechaniken, übertriebene Ragdolls und verrückte Physik haben Goat Simulator vor 10 Jahren schon einmal zu Ruhm verholfen. Mal schauen, ob das mit der Neuauflage erneut klappt. Goat Simulator Remastered erscheint noch dieses Jahr für den PC, die Playstation 5, die Xbox-Series-Konsolen und es kommt sogar in den Game Pass. God Save Birmingham beantwortet die Frage, was macht das Leben im Mittelalter noch mühseliger? Richtig, Zombies. In diesem Survival-Game wachen wir als einziger Überlebender in einer Stadt auf, die von den Untoten überrannt wurde. Mit nichts als unserem Grips und unseren Fäusten müssen wir die Horden überleben. Ein Fokus des Entwicklerstudios sind dabei realistische Physik und Charaktermechaniken. Vermutlich sind damit Dinge wie Hunger und Durst gemeint. Aber auch in dieser düsteren Welt soll es witzige Momente geben. Das Team, das am Spiel arbeitet, ist wohl recht klein und hat den ersten Bild in sehr kurzer Zeit zusammengeschustert. Bis das Spiel erscheint, dauert es wohl also noch eine ganze Weile. God Save Birmingham erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es aktuell noch nicht. Das sieht funny aus. Ich weiß nicht, warum in letzter Zeit gefühlt nur noch Spiele rauskommen, wo es um Zombies geht. Ja, das ist ja in den letzten 10 Jahren so. Ja, aber das ist doch irgendwann mal langweilig, oder nicht? Also, gefühlt bestanden ein Drittel der Trailer nur aus Zombiespielen. Also jetzt auch von letzter Woche. Ja. Sich mal irgendwie was Neues ausdenken, wäre toll. Gegen Alienhorden kämpfen. Stimmt. Das ist modern. Ja. Aber ich finde, das ist mal eine komplett andere Herangehensweise an das Genre. Also deswegen finde ich das ganz cool. Mhm. Ach, noch so ein knuffiger Trailer. Hela ist das neue Spiel einiger Unravel-Macher, die ihr eigenes Studio Nights Peak gegründet haben. Diesmal spielen wir aber in voller Third-Person-Perspektive und nicht mehr in der Seitenansicht. Als Team aus Mäusen erkunden wir eine große Welt. Die Mäuse haben zudem diese witzigen Froschrücksäcke auf, mit denen sie Items fangen, sich durch die Welt schwingen und sogar fliegen können. Super süß. Das erste Gameplay sieht sehr knuffig, aber noch etwas hakelig aus. Mal gucken, was das fertige Spiel bringt und wie sich das Unravel-Team so im dreidimensionalen Raum schlägt. Hela erscheint für PC und Konsolen, für welche genau, steht noch nicht fest. Und pelzig geht es weiter mit Hurdling. Hier spielen wir einen kleinen Hirten, der eine Herde Bison-ähnlicher Tiere, die sogenannten Calicorns, durch die Berglandschaft einer verlassenen Welt treibt. Auf dem Weg zum Kipfel sind unsere Hindernisse aber nicht nur schmale Gebirgspfade, sondern auch die ein oder andere gruselige Begegnung. Mysteriös. Zusammen mit den Calicorns sollen wir dieses Abenteuer an der Bergluft genießen, erleben aber auch einige actionreichere Momente. Und auch die Gefühle sollen natürlich nicht zu kurz kommen. Alles in allem sieht Hurdling nach einem schönen Cozy-Game für PC und Konsolen aus. Der Release ist für 2025 geplant. Das ist mal ein Cozy-Game, was so ein bisschen anders ist. Der animierte... Ein was? Ein Cozy-Game. Weil alle Cozy-Games, die es aktuell so gibt, haben immer irgendwie Farming oder so mit drin. Du musst immer irgendwas anbauen, abbauen. Ja. Deine Farm betreiben, so das ist gefühlt das einzige Genre, was es bei Cozy... Also das einzige Untergenre, was es bei diesen Cozy-Games irgendwo gibt. Und das ist halt mal was komplett anderes, was aber auch total entspannen kann. Ja, ich weiß nicht, wenn da so eine komische Kuh einfach abhaut. Naja, jetzt gerade sah das nicht so anspruchsvoll aus. Der ist ja nur hinter den Viechern hergerannt. Trailer zu King of Meat schickte Gamescom Opening Night Live-Host Joff Keighley durch eine mörderische Gameshow. Das fertige Spiel, wird ihn aber nicht dabei haben. Stattdessen kämpfen wir uns mit bis zu drei Freunden durch eine verrückte, kunterbunte und, naja, recht tödliche Gameshow. Das erinnert etwas an eine Mischung aus Mario Party und Fall Guys. Aber in Mörtel. Wer keinen Bock auf den Stress hat, kann auch seine eigenen Dungeons bauen und seine Freunde dann dadurch jagen. Aber das hier ist immer noch eine Gameshow, behaltet also immer die Gunst eurer Sponsoren im Auge, um neue Items freizuschalten. King of Meat erscheint für den PC, den Nintendo Switch, die Playstation 5 und die Xbox Series Konsolen. Einen Release-Termin gibt es noch nicht. Vorher wird es laut Entwicklerstudio Glowmade aber auch einige Playtests geben. Perfekt also, um sich selbst einen Eindruck zu verschaffen. Das sieht sehr lustig aus. Ja. Nachdem Skull Island Rise of Kong letztes Jahr als herausragend schlechte Lizenzumsetzung für viele Lacher gesorgt hatte, sieht Kongs Survivor Instinct schon ein bisschen vielversprechender aus. Das ist angesichts der Konkurrenz aber auch nicht schwer. In dem Sidescroll-Action-Adventure steuern wir einen Vater, der seine Tochter sucht und dazu die Trümmer einer Großstadt erkundet. Immer mal wieder tauchen auch die Monster aus Legendary's Monsterverse auf, denn Survivor Instinct spielt kurz nach den Ereignissen des Kinofilms Godzilla vs. Kong. Rauskommen soll das Spiel noch im Herbst für PC, Xbox Series X und S und für die PS5. Das Mountainbike-Geschicklichkeitsspiel Lonely Mountains Downhill bekommt mit Lonely Mountains Snow Riders eine Fortsetzung und ganz genau genommen wurde das Spiel sogar schon ein paar Tage vor der Gamescom angekündigt. Aber da drücken wir mal ein Auge zu. Statt mit Fahrrädern geht es diesmal offensichtlich mit Ski an die Berge hinunter. Dafür stehen vier Spielmodi zur Auswahl, in denen ihr die Strecken zu eurem Vorteil nutzen müsst und sogar Tricks machen könnt. Neben den klassischen Solo- und Multiplayer-Modi gibt es zudem noch einen Zen-Modus, in dem ihr Geheimnisse finden oder einfach nur das Fahren durch den Schnee genießen könnt. Lonely Mountains Snow Riders sollen noch Ende des Jahres für den PC erscheinen, Konsolenversionen sind noch nicht offiziell bestätigt. Das könnte ich mir auch lustig im Koop vorstellen. Oh ja. Linked ist ein Koop-Hack-and-Slash-Game mit Roguelite-inspirierten Missionen und Städtebau-Fortschritten, wo wir Items freischalten und neue Verbündete sammeln. Na, wenn das mal kein Bingo auf meiner Gaming-Schlagwortkarte gibt. In Linked sollen wir gefährliche Maschinen bekämpfen, die die Welt zerstören wollen. Aus der isometrischen Perspektive schnetzeln und ballern wir uns dazu durch Horden von Blecheimern. Zwischen den Missionen bauen wir unsere Stadt aus und können durch Frischfang und Landwirtschaft dort sogar Ressourcen sammeln, mit denen wir dann unsere Ausrüstung verbessern. Hm, ich hab da gerade noch einen Spruch drüber gemacht, aber das klingt tatsächlich mal nach einer interessanten Mischung. Neben den bösen Robotern können wir uns mit einigen anderen allerdings auch anfreunden und sie in unsere Stadt einziehen lassen. In der Stadt können wir dann auch mit Freunden zu sechst herumrennen, auf Missionen gehen wir allerdings maximal in Dreier-Teams. Linked Banner of the Spark erscheint schon am 22. Oktober 2024 im Early Access für den PC. Nach Borderlands 4 Bei dem Spiel wusste ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob das zu hektisch war. Das, ähm, ich glaub, dass das so hektisch rüberkam, lag wirklich nur an der Art und Weise, wie das zusammengeschnitten wurde. Weil allein dieser Aspekt, wenn du halt, dass du deine Stadt bauen kannst, ist, wenn du mal keinen Bock mehr auf diese hektischen Szenen hast, dann gehst du einfach in deine Stadt und baust da ein bisschen rum, pflanzt an, erntest und so. Das ist schon eine coole Mischung. So hast du halt immer so ein bisschen was von beiden, ne? Ja, so ein bisschen Housing mit dabei, ja. War Mafia 4 wohl die größte komplette Neuankündigung der Opening Night Live? Der neueste Teil der Open World Reihe verzichtet aber auf eine Zahl im Titel und heißt schlicht Mafia The Old Country. Der Grund dafür? Das Actionspiel ist ein Prequel. Statt in einer fiktiven US-Stadt erleben wir dieses Mal eine Gangster-Geschichte in der Unterwelt Siziliens. Entwicklerstudio Hangar 13, das bereits Teil 3 und das Remake vom Original entwickelte, verspricht Filmfeeling und eine atemberaubende neue Landschaft. Zudem wird es eine sizilianische Vertonung geben. Außerdem wollen sich die Entwickler wieder mehr auf die Stärken der Serie konzentrieren, das heißt wahrscheinlich weniger Open World Nebenbeschäftigungen und mehr starke Story-Missionen, ähnlich wie sie es nach Mafia 3 auch schon bei der Neuauflage vom ersten Mafia gelernt haben. Und das klingt ja genau richtig. Vielmehr wissen wir aber noch nicht über das vierte Mafia. Das Actionspiel soll aber schon 2025 für PC, PS5 und Xbox Series erscheinen. Im Dezember soll es mehr Details geben, vermutlich bei den Game Awards. Da habe ich den Trailer von gesehen, das ist schon wieder so, alter. Es ist ein Fiebertraum. Oh. In direkter Anknüpfung an die 1996er Sci-Fi-Parodie Mars Attacks von Tim Burton hat das Entwicklerstudio Outlier jetzt sein Freizeitparkspiel Mars Attracts angekündigt. Im Trailer sehen wir sogar ein Alien, das 1 zu 1 aus Mars Attacks stammen könnte, denn Mars Attracts spielt ganz offiziell im selben Universum. In Mars Attracts bauen wir ab 2025 auf der Oberfläche des Roten Planeten makabere Fahrgeschäfte und andere Attraktionen auf und entführen dafür auch Menschen aus allen möglichen Zeitaltern, damit die Marsianer was zum Bestaunen haben. Das Spiel soll zunächst in den Early Access starten. Masters of Albion ist das neue Spiel von Peter Molyneux, der Entwicklerlegende hinter Klassikern wie Dungeon Keeper, Fable und Black & White. Ja, besonders das Nö am Ende. Ich glaube, Gronkh hat das gesagt, da bin ich mir völlig unsicher. Das sieht wie ein Rebranding von dem Krypto-Game aus, was der Molyneux gemacht hat. Molyneux hatte sich in den letzten Jahren mit einigen zwielichtigen Spielerexperimenten aber auch ein bisschen den Ruf ruiniert. Jetzt will er zu alten Stärken zurückfinden. Masters of Albion ist tagsüber ein Aufbauspiel, in dem wir unsere kleine Stadt aufbauen und per Götterhand mit der Umgebung interagieren. Wir können Bewohner hochheben und an neuen Arbeitsplätzen fallen lassen oder ganze Häuser abdecken und umbauen. Wir können sogar Zaubersprüche wirken oder aber auch die direkte Kontrolle über eine Figur übernehmen. Das funktioniert auch nachts, wenn wir die Stadt vor Angreifern verteidigen müssen. Das ist nämlich die zweite Hälfte des Gameplay-Loops. Masters of Albion soll zwar auch ein bisschen von Fable inspirierend sein, ist aber kein offizielles Spin-off der Reihe. Die Spielewelt von Fable heißt ja auch Albion. Die Rechte an der Reihe liegen aber bei Microsoft. Peter Molyneux hat nämlich ein Schlupfloch gefunden, denn er sagt, der historische Begriff für England sei nun mal Albion. Peter Molyneux verspricht derweil für sein neues Spiel eine fesselnde Geschichte, eine riesige Open World, komplexe Aufbaustrategie und spannende Kämpfe. Aber seine letzten Spiele wie Godus und Godus Wars sind bereits im Early Access verschimmelt, nachdem man auf Kickstarter Millionen eingesammelt hat und sein Wirtschafts-Blockchain-Spiel Legacy war ebenfalls ein Schuss in den Ofen. Wir sind also etwas vorsichtig, was neue Spiele von ihm angeht, auch wenn das Konzept hier durchaus spannend klingt und im ersten Gameplay auch schon solide aussieht. Masters of Albion erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt es noch nicht. Das sieht aber irgendwie oldschool clunky aus. Mhm, erinnert mich ein bisschen an das Gothic, was du eben noch gespielt hast. So von der Grafik her. Ja, also es ist komisch. Gothic ist schon so ein, zwei Tage älter, habe ich gehört, ne? Hm, so 23 Jahre. Das Entwicklerstudio Play on Worlds hat nach dem 2023er Zeichentrick-Metroidvania Ebenezer and the Invisible World jetzt mit Maui the Shapeshifter ein weiteres Sidescroll-Metroidvania in charmanter Cartoon-Optik angekündigt. Diesmal geht es nach Polynesien, wo wir die Verwandlungskünste unserer Spielfigur Maui nutzen und uns in verschiedene Tiere transformieren. So erreichen wir neue Gebiete in der Spielwelt und schalten genrotypisch Geheimnisse frei, wirkunden Inseln und den Ozean, halten neue Kräfte frei und kämpfen gegen Monster. Wie der von Maui eben, ne? Ja, ich weiß aber nicht, ob das basierend auf einer Legende ist. Hm, das kann natürlich sein. ...und andere Bedrohungen. Einen Release-Termin gibt es für Maui the Shapeshifter noch nicht, bislang ist das Spiel auch nur für PC angekündigt. Monument Valley 3 ist das neueste Netflix-Spiel und dreht sich wieder rund um knifflige Puzzle, die mit der Kameraperspektive spielen. Schon die ersten beiden Spiele waren extrem zielsicher und boten clevere Rätsel. Aller Voraussicht nach wird das beim dritten Teil auch wieder so sein. Monument Valley 3 erscheint am 10. Dezember exklusiv für Netflix-Games, ist damit aber auch auf dem Handy verfügbar. Teil 1 und 2 erscheinen ebenfalls noch für Netflix-Games. Das erste Spiel kommt am 19. September, die Fortsetzung folgt am 29. Oktober. Re-Animal sieht aus wie der geistige Nachfolger der Little Nightmares-Spiele. Und das ist auch kein Wunder. Hinter dem Horror-Adventure stecken nämlich Tarsia Studios, die Little Nightmares 1 und 2 entwickelten, aber an Teil 3 nicht mehr beteiligt sind. In Re-Animal steuern wir also erneut kleine Kinder durch eine Welt voller gruseliger Gefahren. Es wird gehüpft, gerätselt und geklettert. Anders als die bisherigen Spiele des Studios setzt dieser Titel ausdrücklich auf Koop. Auf Wunsch ziehen wir aber auch alleine los. Einzelspieler müssen also keine Angst haben. Wobei, bei dem Setting vielleicht ja doch. Wann das Adventure für PC, PS5 und Xbox Series erscheint, ist noch unbekannt. Die Entwickler von Rainbreaker bezeichnen die Action-Roguelike selbst als Medieval-Punk. Aha. Wir spielen jedenfalls Clef und zusammen mit unserer Bande von Rebellen streben wir gegen die böse Königin auf, die ihr Reich unterjocht. Mit unterschiedlichen Lanzen bewaffnet kloppen wir mittelalterliche Hightech-Maschinen klein und zerschlagen wortwörtlich die Bastion der Königin von innen heraus. Dabei entdecken wir Geheimnisse, Fallen und jede Menge Loot. Gehen wir doch mal drauf, rüsten wir gleich wieder die nächste Lanze aus und stürzen uns wieder ins Getümmel. Wir begegnen aber auch NPCs wie Händlern oder Loyalisten, mit denen wir verhandeln können. Unterwegs finden wir sogar neue Verbündete. Rainbreaker erscheint auf Steam, einen Release-Termin gibt's aber noch nicht. Das ist ja gar kein Spiel für mich, ne? Redacted sieht zwar nicht so aus, Ja, die... Irgendwie habe ich den Eindruck, dass sehr viele Roguelike rauskommen. Mhm. Entweder Zombies oder Roguelike. Mhm. Spielt aber in der gleichen Welt wie das Horror-Action-Game The Callisto Protocol. Statt Third-Person-Horror gibt's hier aber Roguelike-Action im Black-Iron-Hightech-Gefängnis. Tja, und wir sind ein armer einzelner Wachmann, der nur eine Aufgabe hat, es lebend zur letzten Fluchtkapsel schaffen. Denn die Insassen wurden alle infiziert und mutiert und wollen uns ans Leder. Wir wehren uns mit einem großen Arsenal an Waffen, Anzügen, Fehligkeiten und mehr. Redacted möchte dabei leicht zu lernen, aber nur schwierig zu meistern sein. Na, schauen wir mal, ob das Callisto-Universum auch für Roguelikes geeignet ist. Hat er das gerade zweimal gesagt? Ja. Okay, gut. Ich war gerade... Ist meine Audiospur am Hängen? Nein, nein, nein. Redacted erscheint bereits am 31. Oktober für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Retrievals erster Trailer ist richtig finster und düster geworden und erinnert direkt an Dead Space oder Callisto Protocol. In dem Horror-Action-Abenteuer schlüpfen wir in die Rolle von Hannah Losch, Kommandantin eines Forschungsteams auf einem fernen Planeten. Hannah und ihr Team sind in einer mysteriösen U-Bahn-ähnlichen Basis gestrandet, in der sich jede Menge Geheimnisse verbergen. Das Voice-Over des Trailers spricht von Sachen, die man lieber in Ruhe gelassen hätte. Na, das kann ja nur gut gehen. Ähnlich wie Dead Space wird auch Retrieval wohl richtig blutig und setzt auf dichte Atmosphäre. Wir müssen uns wohl aber noch eine ganze Weile auf das Spiel gedulden. Retrieval hat nämlich noch kein Erscheinungsdatum, ist aber für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series Konsolen angekündigt. Kein Spiel, was ich jemals spielen werde. Das sieht richtig gut aus. Nachdem das Entwicklerteam der Typhoon Studios 2021 nach dem Stadia-Aus von Google aufgelöst wurde. Ja, aber das sind jetzt alle Gamescom-Ankündigungen. Und das von letzter Woche kam dann irgendwie einen Tag vorher raus oder so. Oder wurde geleakt oder sowas. Haben sich viele der Devs in den neu gegründeten Raccoon Logic Studios wiedergefunden und jetzt arbeiten sie mit Revenge of the Savage Planet an einer Fortsetzung zum 2020 veröffentlichten Ego-Shooter Jump'n'Run Journey to the Savage Planet. Das neue Spiel wird jedoch aus der Third-Person-Ansicht gesteuert, bietet aber wieder einen Koop-Modus und setzt auf viel Erkundung, Springen, Gleiten und Rutschen in vier Welten. Und auch der abgedrehte Humor des Vorgängers kehrt zurück, wobei das neue Spiel auch als Abrechnung mit Google zu verstehen ist. Revenge of the Savage Planet soll 2025 für PC und Konsolen herauskommen. Die Mudrunner-Serie bekommt nach Snowrunner und Expeditions die nächsten Ableger. Roadcraft stellt dabei Logistik und Wiederaufbau in den Mittelpunkt, denn wir werden hier in von Naturkatastrophen heimgesuchte Gebiete geschickt und sollen Straßen, Brücken und sogar Fabriken wiederaufbauen. Dazu nutzen wir in den Acht zum Release-Zug. Das wäre interessant, ob es da Koop oder sowas gibt, aber hey. Wenn ja, müssen wir da reinschauen, das weißt du, ne? Ja, ja, ja. ... 2025 auf PC, PS5 und Xbox Series X und S verfügbaren Gebieten, über 40 Fahrzeuge, darunter auch Bulldozer und Lastenkräne. Roadcraft wird also eine Kombination aus Offroad- und Bausimulationen und bietet dafür auch eine überarbeitete Physik-Simulation. Wir müssen sogar Punkt-für-Punkt-Routen für unsere Logistik-Konvois festlegen. Ja, ihr Landraten! Hüsst die Segel und kommt an Bord beim Klabaukaman! Ja, das ist Online-Koop. Ja, so oder so ähnlich geht es zu in Rogue Waters, einem taktischen, rundenbasierten Roguelite in einer Piratenwelt, die von einem schrecklichen Fluch heimgesucht wird. Wir müssen eine Crew von Haudegen zusammenstellen und sie in gewiefte Piraten verwandeln. Mit der Zeit können wir sogar legendäre Kreaturen der Meere beschwören und damit gegen unsere Feinde kämpfen. Natürlich wird auch ordentlich mit Kanonen geschossen und beim Entern kämpfen wir dann sogar auf mehreren Decks gleichzeitig. Rogue Waters erscheint schon am 30. September für den PC. Die Scharfschützen-Serie... Und ich glaube, jetzt kommt nur noch... Äh, wirklich nur noch Wiederholung. Ja, sieht fast so aus, ne? ...will Follow the Light. Der stimmungsvolle Trailer zeigt uns eine raue Küsten- und Eislandschaft, in der wir gestrandet sind und nun den Weg nach Hause finden müssen. Nee, den haben wir noch nicht gesehen. Oh je. Das Entwicklungsstudio gibt auf der Steam-Seite des Spiels an, dass man sich bei der Geschichte, die auch Themen wie Realitätsflucht behandelt, bei Firewatch inspirieren ließ, aber die Stimmung aus Alan Wake einfangen wollte. In der Ego-Perspektive erforschen wir schroffe Küsten mit Leuchttürmen und frischer Dörfern an der eisigen Nordseeküste. Ich glaube, das dürfte auch interessant sein. Das sieht ziemlich interessant aus, tatsächlich, ja. Sowas, ja, wie Watchtowers, dass du einzelne Punkte abfährst, die Leuchttürme, ja. Dabei soll auch noch eine dramatische Vater-Sohn-Geschichte erzählt werden. Und wenn wir nicht laufen, segeln wir übers Meer oder fahren sogar Hundeschlitten. Sieht auf jeden Fall spannend und mysteriös aus. Will Follow the Light erscheint 2025 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X und S. Solange mich da nichts anfängt. So, das waren alle Neuankündigungen. Moment, Moment, Moment. Was heißt hier zum Schluss kommen? Wir sind noch gar nicht am Ende. Es gab sogar noch mehr Ankündigungen. Mein Kollege Paul war jetzt aber schon auf dem Weg nach Köln für seinen Auftritt in der Gamescom-Show. Also mache ich hier mal weiter mit ein paar Nachträgen. Los geht's mit Bonaparte A Mechanized Revolution, einem Strategiespiel, in dem wir Frankreich erobern und eine Revolution anführen sollen. Und ähnlich wie im Souls-like Steel Rising vor ein paar Jahren sind auch hier in dieser alternativen Geschichtsvariante Roboter auf den Schlachtfeldern unterwegs. Doch es geht nicht nur ums Kämpfen. Wir müssen auch politische Entscheidungen treffen und so die Zukunft Frankreichs und Europas formen. Rauskommen soll Bonaparte A Mechanized Revolution 2025 für den PC, allerdings erst mal nur im Early Access. Mit Song of Conquest haben wir zwar in den letzten Jahren eine sehr schöne Hommage an den klassischen Mix aus Rollenspiel und Strategie bekommen, doch das letzte offizielle Heroes of Might and Magic ist jetzt auch schon wieder bald neun Jahre alt. Jetzt hat Ubisoft mit Olden Error einen neuen Serienteil für 2025 angekündigt, inklusive rundenbasierter Kämpfe, Hexfeldkarten und Schlossausbau. Es wird eine Story-Kampagne, aber auch Koop- und PvP-Optionen geben. Das Spiel wird nächstes Jahr zunächst in den Early Access starten und ist bislang auch nur für den PC angekündigt. Das 2021er Action-Adventure Lost in Random bekommt mit Lost in Random The Eternal Die einen unerwarteten Ableger, der das Spielgeschehen diesmal aus der ISO-Perspektive anzeigt. The Eternal Die ist ein Action-Rogue-Light für PC, PS5 und Xbox Series X und S und soll 2025 rauskommen. Wir steuern hier diesmal Alexandra, die im Vorgängerspiel noch als Queen of Random die Hauptgegenspielerin war. Wir kämpfen uns durch zufällig erstellte Level und müssen uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. So, und das war's jetzt aber wirklich. Ich dachte zwischendurch, es gäbe noch mehr, aber erstaunlich viele Titel wurden dann doch schon irgendwann früher mal angekündigt. Beispielsweise The Stone of Madness, das vor drei Jahren im ersten Trailer noch deutlich schlichter aussah und ein Echtzeit-Taktik-Spiel mit Comic-Optik im Kommandostil von den Blasphemous entwickeln wird. Und das sieht auch wirklich cool aus, ist aber wie gesagt keine komplette Neuankündigung gewesen, aber vielleicht nehme ich den Trailer mal in die nächste Trailer-Rotation auch mit auf. Aber jetzt könnt ihr uns ja erstmal schreiben, auf welche Neuankündigungen ihr euch besonders freut. Ich sag aber erstmal, auch im Namen von Paul, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nice. Voll cool. Ich hab noch ein Video rausgesucht. Okay. Warte, ich pack mal eben den Link rein. Wait. I'm not ready yet. Was hast du denn da rausgesucht? World hardest try to know. Oh Gott. Impossible 24. Ja, mal gucken, wie impossible das tatsächlich ist, weil teilweise sind die halt gar nicht so schwer zu schaffen, weil es halt wirklich einfach nicht lustig ist. Aber manchmal habe ich da schon echt meine Probleme. Also wenn einer einen Controller gegen die Wand wirft, der ihm dann wieder, ach nee, Moment, das war nur der Schlappen, der ihm dann wieder zurück ins Gesicht fliegt, dann ist bei mir vorbei. Dann fange ich definitiv das Scrollen an. Okay, dann gucken wir jetzt. World hardest try not to love. Willst du da mitmachen oder nicht mitmachen? Lass mal versuchen mitzumachen. Okay. Dann wird das jetzt katastrophal langweilig. Ich bin gespannt. Ja. Das ist die Welt, die du liebst. Happy Birthday! Shall we singen? Respekt. Hast du gesehen, wo der Kuchen gelandet ist? Ja. Richtig rum auf dem Boden. Ja. Ich habe mit allem mitgerechnet, nur nicht das. Mhm. To the balls. Der Ball sucht seinesgleichen. Ja, und du hast 13 Sekunden durchgehalten. Ja, ich wusste nicht, dass das passiert. Ich bin doch gar nicht gut in sowas. Tja. Okay, weiter geht's. Geh es. Well, es ist sicher zu sagen, dass er... Er rutscht aus und knallt links oder rechts in den Sumpf. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die Füße rutschen nach links weg und dann nach links in den Sumpf rein. Einer, einfach nicht was er erwartet hat. Okay. Wow. Oh. Baby? Okay, der Cut war echt gut. Dieser Schlappen wird nie wieder bewegt werden. Wir können alle agree mit seiner Reaktion reagieren. Guess she really wanted some money. Give me my money! 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 Hä? Hä? Das war Cringe Mobbing des Todes. Hä, warum hatten die bei der Kleinen denn nicht die gleiche Reaktion wie bei den anderen? Weil die die verarscht haben? Das ist gemein. Ja. Das macht man nicht. Es spricht. Es spricht. Ich bin mir sehr sicher, dass es das nicht machen sollte. Ach, stell dir mal vor, das Auto hätte eine Anhängerkupplung gehabt. Die wäre doch mit dem Kopf voll da drauf geflogen. Ja. Dann hätte die hier so einen Golfball. Also, nur andersrum halt, nach innen, nicht nach außen. Ja, eher so ein Donut. Vor allem, wie entspannt er daneben steht mit seinem Handy. Was ist mit ihm? Ja. Oh, Alter, wie die... Und er steht da... Ja. Was ist denn mit ihm? Er macht das mal ein Foto. Ich dachte, ich dachte, ich hab auch nicht. Du weißt, was das sagt, dass es zwei Seiten an dich gibt. Danke. Ich liebe dich. Okay. Ich hab nicht gelacht. Ich hab eben grad einmal gelacht, weil die da auf dem Boden gewinselt hat. Du bist gemein. Das war Situationskuh, Mike. Das war super. Und du hast grad bei dem kleinen Mädchen gelacht? Bei welchem kleinen Mädchen? Dass die Tür zugeschlagen hat. Ach so, ja. Okay. Sie haben keine Chikken, oder Rats? Sie haben nicht was, ich will! Es ist nichts besser, als zu lernen, ein Messer zu lernen. Um zu sharen... Das ist wie... Sie zeigen die Viewer... ... 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 Das sind Deutsche. Ja. Und hier können wir endlich verstehen, warum es so viele Befehlungen in Familiengatherungen gibt. Hä? Was tun die da? Ich hab keine Ahnung. Wie riesig ist der Mensch, dass er da soweit drüber gucken kann? So in this room, we have a shower, we have some sub sheets and also the occasional visitor. Oh. Oh nein. Nein, mach es noch nicht ab. 5 Dollar. Und wieso hat der Turnschuh bei genau sowas an? Ich weiß es nicht. Der hat Full Protection überall, außer an den Füßen. Da, wo die Scheiße wahrscheinlich landen wird. Oder Mystery Gift. Mystery Gift, easy. Mystery Gift, all right. Scratch this and whatever is underneath, is what we have to do. Okay. Da, wo die Scheiße. Some people say, come, or here boy. Then, some do this. Shoot out. Tio, come on. Boop, 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 brrrr, brrrr, brrrr. What is that? Daddy is a robot. Spin it in a circle. Now I can only imagine, what he would have done, if she needed a pickle jar open. Here's your mug shirt. Actually, can I have a little whip? Woran merkst du, dass die Leute nicht vom Dorf kommen? Willst du die Flaschen nicht aufkriegen? Ja. Ich wohne auf dem Dorf und ich kann es trotzdem nicht. Oh, mein herzliches Beileid dazu. Aber ich wüsste auch nicht, wozu ich das können müsste, weil ich trinke so selten aus Flaschen, die einen Kronkorken obendrauf haben. Äh. Das Ding heißt Kronkorken, oder? Ja. Ja. Äh, jedes Mal, wenn ich bei meinen Eltern bin. Ja gut, wahrscheinlich ein Bier dann, oder? Äh, nee, äh, also nicht nur, sondern ganz viel Fassbrause und sowas. Gut, trinke ich auch alles nicht. Okay. Tja, dann. Alkoholfreie Sektflaschen sind zwischendurch mit einem Kronkorken verschlossen. Trinke ich auch nicht. Tja, dann. Hast du keine... Dann brauchst du diesen Skill nicht. Richtig. Oh, natürlich, ja. Ähm, vielleicht ein bisschen mehr. Ja. Unsere Generationen sind verloren. Das fällt dir erst jetzt auf? Oder Amerikaner sind... Die müssen für uns die Rente bezahlen. Obwohl, die waren, glaube ich, nicht mal viel jünger als ich. Obwohl ich gerade sagen. Ja komm, dann sind die auch nicht so viel jünger als du. Ja, doch, mindestens zehn Jahre. Wie alt bist du noch mal? Ähm, 32. Ja, okay, gut, 22 kommt hin. Ich hätte die wahrscheinlich sogar noch jünger eingeschätzt. Oh, ja, das Video war doch letztens. Haben wir das letztens nicht schon geguckt? Ne. Wow. Hab ich das denn gesehen? Ich glaube, dann hab ich das auf TikTok gesehen. Ich wollt grad sagen. Ja. Oh mein Gott. Das war sehr gemein. Na, ich glaube eher weniger. Was? Wieso? Wenn du auf eine Maschine drauf gehst und so viel wiegt, dass die Maschine sagt, dass nur einer da rein soll, ist das schon ziemlich gemein. Finde ich jetzt nicht. Die Maschine sagt ja literally, dass du fett bist. Ja. Sollte sie auch. Also, so sehe ich das. Das sage ich als fette Person. Bei mir hat die die wahrscheinlich auch ausgelöst. Hm. Aber gut, da geht's auch immer irgendwo um Sicherheit, deswegen. Ja. Und, ähm, Gesundheit muss man ja immer vorziehen. Ja. Deswegen darf man auch von Maschinen gemobbt werden. Hm. Ist ja jetzt nicht so, dass die Maschine gesagt hat, du bist ein fettes Schwein, geh hier runter. Ja. Sie hat es nur impliziert. Ja. Ja. Sag mir, dass du fett bist, ohne mir zu sagen, dass du fett bist. Genau. Also, was anderes ist es, wenn, ähm, du random zu, äh, Leuten mit Übergewicht gehst und denen sagst, dass sie fett sind und abnehmen sollen. Das würde ich auch nicht lustig finden. Oder nett. Nee, das geht auch, geht auch gar nicht. Ich hab mal, ähm, einen Spruch gehört. Den fand ich eigentlich relativ gut. Sage den Leuten nichts, was sie nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten ändern können. Wenn einer zum Beispiel irgendwie müffelt oder so, ähm, dann kann man sagen, ey, hier, Deo ist grad vielleicht ganz cool, aber dann halt auch nicht vor allen, sondern halt irgendwie zur Seite ziehen oder so. Aber Sachen, die man nicht in kurzer Zeit lösen kann, ähm, muss man nicht unbedingt ansprechen. Weil meistens wissen die Personen das tatsächlich selber. Ja, es gibt für mich da nur eine, oder so ein paar Ausnahmen, äh, wo ich, sag ich jetzt mal, keinen Respekt mehr dann habe und sowas nicht respektieren würde. Und das wäre dann, wenn, äh, die Person komplett, äh, wie kann man das gut beschreiben? Sie sieht das überhaupt nicht ein? Kann man das so sagen? Also, äh. Was meinst du? Wenn jetzt der Typ, äh, eben grad in dem Fahrzeug, äh, sich übelst drüber aufgeregt hätte und gesagt hätte, äh, ich bin doch gar nicht dick und, äh, wie kann das angehen und, 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 dann hätte ich gesagt, der, du bist halt fertig aus, aber. Ja. 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 Doch, doch, ich weiß, was du meinst. Äh, hallo Crazy. Hi, hi. Schönen guten Abend. Hallo Crazy. Ja, das ist, äh, also wenn sich Leute da so drüber aufregen, dann würde ich auch sagen, ja, es ist nun mal die Wahrheit, ohne dass das böse, es ist ja nicht böse gemeint. Aber ich würde nie im Leben auf die Idee kommen und zu jemandem hingehen und dem sagen, dass er fett ist. Ja, ja, aber das ist mit allem, außer, ähm, der hat, äh, nationaler. sozialistische Tätowierungen auf seinen Körper. Zudem würde ich dann trotzdem hingehen und sagen, dass er seinen Scheiß bedecken soll und sich verpissen kann. Ja, da bin ich bei dir. Danke für den Follow Crazy. Dankeschön, Dankeschön und willkommen im Rudel. Bin, glaube ich, das erste Mal hier reingestolpert. Was treibt ihr hier so für Dinge, ihr Schlingels? Wir schauen uns gerade Videos an und versuchen, naja, also es ist eigentlich Try Not To Love. Nach 13 Sekunden hatte ich schon verkackt. Ja, das war ein bisschen bitter. Freitags ist immer so der React-Tag und je nachdem wie, wie viel äh, ich wollte jetzt gerade sagen, wie viel wach ich noch hab, wie, wie wach ich noch bin und, äh, wie viel Lust ich noch habe, zocken wir danach immer noch ein bisschen was. Ansonsten streamt der Kopp noch weiter und zockt danach definitiv noch was. Genau. Ja, und dann machen wir direkt weiter mit, äh, semi-betrunkenen Menschen im Fahrstuhl, die nicht, äh, es nicht schaffen, Dinge aufzuheben. Oh, nein, das wird gleich noch lustiger. Was war das? Richtig. Ach so. Ähm, denen würde ich zum Beispiel sagen, dass sie hart betrunken sind und ihren Scheiß zusammenkriegen sollen. Ähm, meine Arbeitskollegin, die hat mir das, ähm, heute erzählt, die kam ins Büro und war, hatte das Gesicht auf einer Seite so blau-grünlich und hatte überall Schürfwunden. Ähm. Oh, no. Die, ja, also, es war Matinee bei uns und die hat vielleicht ein bisschen viel... Das war was bei euch? Matinee, das ist so, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Irgendwas ist das. Irgendwas mit Karneval, glaube ich, oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Oh mein Gott, ja. Ähm, und, ähm, ja, die wollte erstmal was aufheben, was runtergefallen ist neben dem Tisch und dann geht sie runter und knallt mit der Gesichtshälfte halt erstmal voll auf die Tischkante und hinterher, als sie auf dem Weg nach Hause waren, ist sie hingefallen, ihr Freund wollte ihr aufhelfen, hat ihr aufgeholfen, er ist hingefallen, dann wollte sie ihm wieder aufhelfen, dann ist sie wieder hingefallen und irgendwann lagen die nun noch auf einer Wiese und eine russische Oma kam vorbei, oh, Kinga, ich kann das nicht mit angucken, wo müsst ihr hin, ich bringe euch jetzt nach Hause. So geil, so geil, wirklich. Oh Gott, das wäre mir auch so vielen Arten unangenehm. Ja, total, aber sie hat auch gesagt, schade, dass davon keiner ein Video gemacht hat, ich würde gerne sehen, wie wir da auf der Wiese lagen und zehn Minuten einfach nur gelacht haben. Aber die hatte wirklich, die sah so lidiert aus, die hat überall blaue Flecken gehabt, überall Schürf unten, das halbe Gesicht war blau-grün, ach, das war schon sehr lustig. Oh Mann. Ertrunkene Leute. Ich habe jetzt übrigens fast eine ganze Tafel Schokolade gefressen. Fressack. Absolut richtig. Der Moment wenn der Schokoladen Eis heller ist. Das war sehr verwirrend. Was zur Hölle. Was habt ihr heute Schönes gemacht? Ähm, also ich war erstmal auf der Arbeit, dann musste ich zwangsläufig einkaufen, weil irgendwo von muss man ja leben, aber ich hasse einkaufen. Und dann war ich mit meinem Hund in der Hundeschule. Und das war sehr gut. Und jetzt sitze ich hier und esse Schokolade, während wir auf Videos reacten. Ich war arbeitend, dann habe ich vier Stunden im Bett gelegen und dann habe ich Videos geguckt. Und sie gave no fucks. Wir alle wissen zumindest eine Person, der das macht. Ich verstehe nicht, wie Leute das machen können. jemand von Bei mir ist das wahrscheinlich noch nicht mal physisch möglich. Bei mir auch nicht. Bei mir würde sich Ober- und Unterschenkel direkt wieder voneinander trennen. Ich bin froh, dass es gerade ein bisschen abgeschwollen ist. Bei mir hat es andere Gründe. Hm. Ich weiß gar nicht, wie ich mich richtig hinsetzen sollte, dass das funktionieren könnte. Ich kriege mein Knie gerade noch nicht so weit angewinkelt. Also, ich komme da dran, aber schaffe es nicht ganz. Ah, nee. Okay, ich liege schon den ganzen Tag im Bett zu meiner Verteidigung. Nice. Voll gut. Hätte ich heute auch gern. Mhm. Und gestern. Frito-Lay, you need to be fired. I bought this yesterday from Walmart. This is closed. Hold on. Oh, no. Oh, no. That's good, Chief. Also in beiden Fällen denke ich nur dumme Menschen. Also wer packt bitte seine Kopfhörer an einem Schlüsselbund? Wollt ihr tauschen? Das kommt ganz auf den Grund an, warum du im Bett liegst. Es gibt nämlich auch definitiv Gründe, im Bett zu liegen, mit denen ich nicht tauschen wollen würde. Zum Beispiel eine Schulteroperation. Obwohl, da lag ich auch die ganze Zeit nicht im Bett. Eine Knie-OP, auch nicht lustig. Dann müsst ihr zu mir ins Krankenhaus kommen. Ja, genau deswegen. Das meinte ich nämlich. Was hast du angestellt? Also bei der Knie-OP lag ich auch nicht im Bett. Ich schon. Und ich hab mir nach der Narkose abends erstmal die Seele aus dem Leib gekotzt. Ich war nach der Kreuzband-OP, war ich in der Shisha-Bar und hab Shisha geraucht und ich hab einen Alster getrunken. Das hat mich so abgeschossen, dass ein Kollege mich nach Hause fahren musste. Oh, shoot. Nee, ich lag halt im Aufwachraum. So. Mein Knie tut weh. Zack, Spritze rein. Fünf Minuten später. Mein Knie tut weh. Zack, Spritze rein. Und das so fünf, sechs, sieben Mal. Und das hat meinen Magen nicht so gut vertragen. Und abends, das war noch das Beste. Ich meine, ich hatte sowieso nichts im Magen, weil ich halt den ganzen Tag nicht gegessen hab. Und dann hab ich abends, wie auch immer, die auf die grandiose Idee kamen, aber die haben mir roten Früchtetee dahingestellt. Hm. So, und es kam halt alles postwendend wieder raus und meine Freundin saß da Da kommt Rotes raus beim Kotzen. Ich brauch ne Schwester hier. Ich so entspann dich, dass der Früchtetee. Nee, ähm, du warst, du hattest ein Krankenhausaufenthalt wegen einer Knie-OP? Ja, ich war da drei oder vier Tage. Hm. What the fuck. Dazu musste man aber auch sagen, dass die meinen Knochen ja wieder aufbauen mussten, weil ich mir den ja platt gedrückt hatte. Ah, okay. Wir haben quasi in den Oberschenkelknochen, da wo eigentlich die Beute, also dieser Hubbel drin sein sollte, haben die ganz viele Löcher reingebohrt, damit das Knochensekret da rausläuft und sich der Knochen wieder aufbaut. Ah. Ja, bei mir haben sie äh, das noch nicht gemacht, weil sie erst mal alles rausholen mussten. Deswegen. Aber bis jetzt eigentlich bei meinen acht OPs war ich nie über Tag im Krankenhaus. Ja, gut, die wollten mich halt auch ein bisschen da behalten, weil private Zusatzversicherungen, da können sie halt Geld rausholen, ne? Ja. Eine OP war ich drei Tage im Krankenhaus, aber das war's. Hm. Nix produktives, bin die Treppe runtergeflogen im Schwimmbad. Hm. Aua. Das klingt aber auch nicht so geil. Ich hoffe aber mit dem Arsch zuerst und nicht mit dem Kopf zuerst. Bei Kopf ist es echt scheiße dann. Wobei ich beim Arsch zuerst davon ausgehen würde, dass man da nicht ins Krankenhaus kommt. Naja, Man tut sich halt irgendwo anders noch weh, aber Ja, aber Kopf, denke ich mir. Kann mich nicht mehr dran erinnern, dann war es definitiv Kopf zuerst. Face first. Dann bin ich mir sicher, dass es nicht der Arsch war. Ja. Oh shit. Ja. Das ist echt kacke. Ja, das ist ja. Du müsst ihr irgendwie ein anderes fragen, wie es war. War das denn heute oder war das gestern? Obwohl, wenn du den ganzen Tag schon umkrankst, dann wahrscheinlich gestern, ne? Ja. Oh shit. Oh, das würde, na, nee. Oh, das ist echt richtig kacke. Gestern Abend. Ja, gestern Abend, ja. Ja, dann wahrscheinlich da bleiben wegen Gehirnerschütterungen und besonders, wenn man dann sich daran nicht erinnern kann, dann muss man halt unter Beobachtung bleiben. Ja. Aber wenn du schon wieder auf Twitch schreiben kannst und, 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 dann bist du ja erstmal auf guten Wege vorher, äh, vorwärts, nicht vorher. Vorher warst du definitiv besser. Oh Mann. Ja. Ich ahne Schlimmes, ich sehe ein Planschbecken. Mhm. Warte, du bist ausgerutscht. Obwohl doch Treppe runterfällt. Ja, okay. Holy shit. Hm, klingt unangenehm. Ja. Hast du so ein menschliches Taschenmesser gemacht? Einmal so. Oh Gott. Aber das ist, Alter. Und gebrochene Rippen ist richtig scheiße. Also ich hatte mal vor, dich bringt jetzt jemand zum Lachen, das wäre natürlich Hardcore-Scheiße. Mhm. Mir haben sie... Sicher, dass du dieses Video mitgucken möchtest? Also ich hatte zwar keine gebrochenen Rippen, aber nach der Bauch-OP hatte ich noch komplett Gas im Körper, weil die den ja so aufgepustet haben. Und da wurde ich zum Lachen gebracht und das war nicht lustig. Da haben sie mir ein, wie heißt das, so ein Beruhigungsmittel gespritzt. Ja, wieso nicht? Also, wenn ich mir gerade vorstelle, dass ich mir so ein Video angucke, ich habe nach 13 Sekunden versagt mit dem Lachen wohlbemerkt und ich hätte die Rippen gebrochen, ich würde so im Krankenhausbett liegen. Ha, ha, au. Ha, ha, au. Ha, ha, au. Kommt auf die Schmerzmittel drauf an. Vielleicht ist es auch gerade echt super. Ja, stimmt. Stimmt auch wieder. Und bei der Anzahl an Verletzungen könnte man sich vorstellen. Besonders bei gebrochenem Sprunggelenk. Das heißt, du wirst auch noch eine OP wahrscheinlich bekommen. Vor allem, und das war es dahinter, als wäre das nicht genug. Oh, shoot. Oh, die OP war heute Morgen. Okay, ja. Dann kriegst du gerade feinste Drogen, nehme ich an. Nur den guten Stoff. Oh, shit. Echt nicht geil. Nee, überhaupt nicht. Deswegen gehe ich in kein Schwimmbad. Oh, doch. Wir gehen bald ins Aqualand nach Köln. Nee, gerade geht das auch. Aber an sich ja auch gut, wenn man dann doch nicht so viel Schmerzmittel braucht. Ja. Ja, ist immer besser. Ich hatte Magenbeschwerden von zu viel Ibuprofen. Ja. So, weiter geht's. Mhm. Bist du mal beim Trampolinspringen falsch aufgekommen? Nein, aber ich habe sehr Angst davor. Und deswegen gucke ich so Videos auch nicht so gerne. Also, äh, falsch aufgekommen meine ich eigentlich, ähm, du bist nicht wieder hochgebounced, sondern hast alles durch deine Wirbelsäule abgefedert. Und das fühlt sich an, als ob du drei Tage Rückenschmerzen auf einmal hast. Oh nein. Nein, das ist mir noch nicht passiert. Ja, ist super. Respekt. Diese Granny hat sicherlich gedacht, well, wie heiß können diese Nudeln eigentlich sein? Ich glaube, sie hat den schweren Weg gefunden. Es ist viel. Weißt du, es gibt Leute, die sollten das mit dem Sport einfach sein lassen. Ich habe es vorletzte Woche Sonntag am eigenen Leib erfahren. Ja. Also zumindest mit bestimmten Sportarten. Und für mich gehört Fußball jetzt definitiv dazu, zu den Sportarten, die ich leider Gottes nie wieder in meinem Leben ausführen kann. Nee, nee, das lasse ich nicht. Ja. Gut, ich kann es halt auch irgendwo verstehen. Ich habe mich jetzt, ich musste mich auch viermal verletzen, damit ich es gelernt habe. Vielleicht. Ja. Ich hasse diese Sound-Edits. Ja. Ich bin ja noch ein Jungspund, das verheilt. Mhm. Und dann 15 Jahre später hast du Arthrose im Knie, weil du dir die Meniskus und das Kreuzband zu oft gerissen hast. Das wird mir wahrscheinlich auch bevorstehen, ja. So. Ist geil. Ich kann nur empfehlen, mehr schlafen als vorher. Das hat Schlafen mit Arthrose zu tun. Ähm, im Schlaf heilt dein Körper, also regeneriert sich und je weniger Schlaf du hast, desto weniger regenerierst du dich, so gesehen ja, ne? Und, ähm, wenn ich zu wenig schlafe, tun meine Knie weh. Schlafe ich vernünftig, tun meine Knie nicht weh. Oh, wow. Ja. Seid alt ja, wenn man fragen darf. Ich bin 26 und er ist 32. Ja. Aber das erste Mal, als ich mir meinen Knie zerschossen hab, war 2018. Wie alt war ich da? Das war vor sechs Jahren, ne? 20. Mit 20 hab ich mir das erste Mal meinen Knie zerschossen. Oh, ich 2004. Ja. Ja. Da hab ich mir das erste Mal den Meniskus gerissen. 2006, den links 2004, rechts 2006. Ha, nice. Aber verhalten tue ich mir wie zwölf. Nein. 19 bis 21. Ja, das hör ich öfter. Sei froh. Ich bedanke mich an dieser Stelle jetzt einfach mal. Weißt du, was richtig bitter ist? Nein. Meine Freundin wurde im Penny am Rewe, als sie Feuerzeuge kaufen wollte, nach dem Ausweis gefragt. 25. Das ist doch nett. Die meinte das ernst. Jackie musste ihren Ausweis holen, ansonsten hätte sie ihr die Feuerzeuge nicht verkauft. Ich find das wirklich nett. Ah. Biologisches Alter, 54, 28 Jahre verheiratet. Hier ist wie Krieg und zählt doppelt. Pro Kind fünf Jahre dazu, vier Kids. Oh, wow. Okay. Gut, so kann man natürlich auch zählen. Ja. Warte, ich muss gleich mal ein Bild dir schicken. Ich warst mit 17. Ja, okay, mit 17 ist das natürlich schon krass. Da würde ich es wahrscheinlich... Also ich meine, ich habe jetzt mit 26 ausgelernt, dass ich es vielleicht einfach lassen sollte, nachdem ich mir jetzt das vierte Mal das Knie verletzt habe, obwohl das letzte Mal habe ich es halt nicht operieren lassen, weil ich keine Lust und keine Zeit dafür hatte. Ja. Bei dem Bild sehe ich doch eindeutig... Holy shit, ich habe dich erst mal gar nicht erkannt. ...viel, viel älter aus. Das Übel, oder? Ja, das ist krass. Ja, das war Anfang des Jahres. Was zur Hölle? Ja gut, es machen halt auch viel die Haare, ne? Ja, auf jeden Fall. War das der Tag, an dem sie abkamen? Ja. Warte, ich kann dir auch das Folgebild davon zeigen. Ich bin gerade am Lernen, ich mache die Ausbildung zum Pflegefachmann. Naja, dann hast du ja jetzt beste Gesellschaften. Das war gemein. Das tut mir leid. Hey, du siehst literally fünf bis sechs Jahre jünger aus. Einfach nur, weil ich Jahre abgeschnitten habe. Ja, das ist so ultra krass. Oh mein Gott, mir wäre das so, obwohl ich habe mich auf der Arbeit operieren lassen, also ist das jetzt auch kein Problem. vor allem, da wirst du angesprochen, du, der PC hier funktioniert nicht und da drüber wird deine Beatmung gesteuert. Willst du jetzt noch was übernehmen oder machst du das später? Und du liegst da auf den Tisch, komplett splitterfasernackt und hast eine Wolldecke über dir und denkst dir so, fickt euch. Oder stell dir mal vor, da kommt dann einer so rein, ach übrigens, die Software für die Beatmungsgeräte funktioniert gerade nicht richtig, achtet bitte drauf und meldet Fehler an, nicht an ihn, er schläft gleich, aber an irgendjemand anderen, der zuständig ist. Das sind alles meine Kunden, oh Gott. Oh ja, das, das fühle ich, das fühle ich richtig. Ähm, ich leite den IT-Help-Desk in einem Krankenhaus bei mir hier und habe mittlerweile fünf Leute unter mir, jihau. Juhu. Ja, das war, und, ähm, weil du als Support und Helpdesk halt im Haus unterwegs bist, kenne ich da halt wirklich von Anästhesisten bis Ärzte, kenne ich verdammt viele Leute. Das heißt, du hast vormittags, hast du den Termin zur Vorbesprechung der OP, ähm, für deine Schulter und eine halbe Stunde später gehst du zum selben Arzt, weil du während des Gesprächs mit ihm Termin vereinbart hast, um sein PC zu reparieren. Oh wow. Hm. Das ist auch super. Aber so kommt man halt bedeutend schneller an Termine ran. Ja. Die Nachricht war an dich gedacht. Bitte guck, das alles funktioniert für ein lieber Leben. Ah, das geht. Ich hab heute gelernt, vor 20 Jahren hatten Beatmungsmaschinen noch keine Akkus. Wenn da ein Stromausfall war, musste der alles zesistpumpen. Und jetzt ist das nicht mehr ganz so schlimm, aber trotzdem. Ihr habt doch auch Notstromaggregate bei euch in der, äh, irgendwo im Keller stehen, oder nicht? Ja, ja, das schon, aber du hast ja einen Umschaltmoment und dann ist halt für 30 Sekunden keine Sauerstoffversorgung, blöd gesagt. Also, die sollten eigentlich, ja, okay, gut, doch, die müssen schon, ja, wenn ihr eine USV dazwischen habt, dann sollte das eigentlich reibungslos gehen, weil dann schaltet der erst auf die USV um und, ähm, dann, sobald die Stromaggregate reingehen, geht die USV wieder raus. Dann geht das schon ohne Versatz, dass da, also, dann ist die Spannung halt durchgehend da. Ja, nur deswegen haben alle Beatmungsmaschinen und so weiter alle jetzt interne Akkus. Das macht absolut Sinn. Ja. Drei Minuten kann das und ohne Sauerstoff bis die, äh, ersten Zellen abstimmen. Oh, zucka, genau. Stell dir mal vor, dass sitzt dann einer neben dir im OP mit so einem Handy-Timer. Also so langsam wird es kritisch. Wir haben nur noch so 20 Sekunden übrig. Nee, der Timer springt wirklich an. Wenn die Sauerstoffversorgung nicht läuft, fängt die Maschine an zu piepen und der Timer springt an. Ich meine, gut, irgendwie müssten ja die Leute, die da im OP sind, Bescheid wissen, wie viel Zeit sie noch so haben. Ja, ja. Das Schlimmste, was ich bis jetzt im OP gesehen habe, war, wo sie die Decke mit einem Wischmopp sauber gemacht hat. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, was sie operiert haben, aber ... Es hat gespritzt. Es hat gespritzt. Cool. An die Decke. Und du läufst da so als ... 24-Jähriger in den OP rein, hast noch nie einen OP von drinnen gesehen und jo. Nee, also ich gebe mir lieber eine Vollnarkose, als zwei Stunden zuzuhören, wie die meinen Knochen wieder zusammenbauen. Das hat mir schon gereicht, als sie mir durch den Finger gebohrt haben, um da Metallstäbe reinzusetzen. Und das hat nur eine halbe Stunde gedauert. Das könnte ich nicht. Ich lasse mich immer direkt wegschießen. Auch bei meiner Weisheitszahn-OP. Die haben mich direkt weggeschossen. Ich wollte das gar nicht. Oh Gott. Das ... Nee. Nee, könnte ich nicht. Mm-mm. Nee. Nee, 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 nee. Allein wenn ich mir überlege, dass sie bei meiner Weisheitszahn-OP, die haben die Zähne nicht rausgekriegt, weil die nicht nach oben standen, sondern so komplett seitlich halt. Die haben die gefirbelt, um die da rauszukriegen. Warum? Man spürt doch nichts. Nein, aber man hört alles. Und ich habe zu viele Videos auf YouTube gesehen. Ha! Äh! Äh! Ja. Aber gut, vielleicht bin ich da auch ... Also ich ... Also, ähm ... Das Ding ist, selbst wenn ich das probieren würde, wäre ich wahrscheinlich sowieso nach zwei Minuten weg, weil ich einfach ohnmächtig werde. Also können sie mich doch gleich wegnudeln. Nee. Also wenn man die Chance hat, vernünftig mal zu schlafen. Ja. Das Beste ist das Wassereis danach. Ja. Äh, wollen wir mal weitermachen. Mhm. Oh. Ich wirfte jetzt die Leute ab. Ah. Ich habe nicht gelacht. Ich weiß nicht, dass du dumm bist. Ja, das ist 100%. Ich weiß, dass sie die Stove auf ist. Oh, sch. Are you ... Are you okay, ma'am? Guys, I don't know why my headphones are farting. That's the power button. Guys, literally everything will die. Come on. Do you want to call the cops? Sie sollten das Geräusch nicht machen, oder? Nee. How do you take a selfie? She kept it in... Schönes Standbild. War das weird... Oh Gott, die Ärmse. Eben grad war weird as fuck. Ja. Sagen wir mal, wenn die das Narkose-Zeug spritzen, man soll bis 10 zählen, ist es aber eine Lüge, weil ich schaffe es nicht mal bis 3. Ich hab tatsächlich bei meiner Weisheits-Zahn-OP keine Spritze bekommen, sondern ich hab die Maske aufgekriegt. Es war so, 10 zählen sie mal bis 3. Ich war direkt weg. Also ich hatte bei meinem Anästhesie-Gespräch denen gesagt, dass ich das Propofol sehr, sehr gut verarbeiten kann. Und wenn die das zu früh rausnehmen, ich dann direkt aufwache. Ähm... Joa. Die haben mir zwei Spritzen reinge... Nee, zweieinhalb reingejagt, bevor ich ausgenockt war. Oh wow. Oh wow. Über die Maske bekommst du aber kein Schlafzeugs. Also ich hab ziemlich gut geschlafen, nachdem die mir die Maske aufgesetzt haben. Naja, wenn du die volle Dröhnung Lachgas reingibst. Also ich hab definitiv sehr gut geschlafen. Ich habe definitiv sehr gut geschlafen. Und ich hab keine Spritze bekommen, bin ich mir sehr sicher. Naja, die hast du bekommen, als du ausgenockt warst. Oder so. Aber ich hatte nirgendwo irgendwie ein Pflaster oder so. Okay. Also ich hab wirklich... Also ich hab nur die Maske aufgehabt. Hm. Weil sonst hätte ich auch hinterher irgendwo ein Pflaster gehabt. Aber da war nix. Man weiß nicht, in was für einer Klinik du warst. Also wenn sie das Garagentor aufmachen mussten, um dich in den OP-Saal zu schieben, war das eindeutig kein Zahnarzt. Nein, das war ein Kieferchirurg. Ein offizieller wohlbemerkt. Ist auch nicht gut, wenn der in der Garage arbeitet. Nein, nein, hat er nicht. Oder im Campingzelt im Garten. Das ist auch nicht gut. Hm. Ja, dann gucken wir mal, was die Lady hier macht. As long as she could. But then, just couldn't take the stupidity any longer. Oh Moment, wir wollten nicht lachen. Er ist verwirrt, ich bin verwirrt, lass uns zusammen verwirrt sein. Das wär mir aus so vielen Leveln unangenehm. Ja. In der Gartenhütte, wo der Rasenmäher und die ganzen Bohrmaschinen stehen. Ja, natürlich. Wir müssen sagen, wir müssen sagen, die Zahnarzt-Kriegen. Hm. I can't believe that they had the confidence to try this with Iron Mike Tyson. Das ist nach wie vor unangenehm. Ja. Es sorgt für physische Schmerzen. Ja. Und ich kann verstehen, dass Crazy jetzt wegläuft davor. Ja. Und holt sich beschimpft jetzt einen guten Schuss. Äh, was besorgen, lachen tut weh. Ah. Hm. Er holt sich wirklich einen Schuss. Oder sie. Crazy holt sich einen Schuss. Das ist ja crazy. Äh. Oh. Habt ihr so ein Elektro-Halsband für Hunde zum Erziehen, die eigentlich verboten sind in Deutschland? Nein, haben wir natürlich nicht. Okay. Das hättest du dir grad mal um dein Handgelenk machen müssen und dann Jackie hat auf Strafe drücken müssen. Der war so... Wir haben einen Elektro-Halsband, aber es wird nicht für den Hund genutzt. Information, die man vielleicht nicht mit dem Internet teilen sollte. Nein! Wir haben so eins natürlich nicht! Hm. Mhm. Das wird jetzt aus Out-of-Context geschnitten. Ach. Gib mal der Pupp. Ist doch sowieso nur crazy da. Ach. Scheiße. Warum sag ich das, äh, Spawn-Zuschauer? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Guten Abend, Zuschauer. Ja, Zuschauer. Mich kann man auch nicht mehr erziehen. Deswegen bin ich Ausbilder geworden und erziehe andere. Ich bin sehr verwirrt. Was nichts Neues ist auf diesem Kanal, aber... Oh Gott, das ist als wenn man den Teufel Weihwasser braun lässt. Oh ja, es kommt nur Kacke bei rum. Siehst du das? Hät er das so, als würde der fahren? Ja. Weil die in England sind. Ne, die sind nicht in England. Ja? Ja, die stehen doch alle auf der rechten Seite. Die würden doch sonst auf der linken Seite stehen. Oh ja. Hast recht. Ja, da ist die Busbruch rausgeflutscht. Ja, da ist die Busbruch rausgeflutscht. Oh, ich hab das erst jetzt gelesen, was da unten drunter steht. Hm. Oh Gott. Ist das so ein... Ist das so ein... Magersuchts... Ja, ich glaube schon. ...prevention Ding? Ja, ich glaube schon. Hm. Das heißt nicht BMW, es heißt Bayerische Motorenwerke. Ja. Hast du nie gesehen, einen Mann zu einem Sprinkler? Na ja, du hast ihn jetzt. Oh, das ist das Wahnsinn. Das ist das Wahnsinn. Der wird gleich voll kotzen. Deswegen hat der Sprinkler gesagt, das kommt ihm garantiert aus der Nase raus. Na ja. Oh, ich glaube... Oh, Freund, ich weiß nicht, ob ich mein Lachen unterdrücken kann. Ja. Ja, Zuschauererstörung meinte ich, genau. Der fängt jetzt an zu weinen, dem kommt schon... Ja. Ich weiß nicht, was mich mehr versteht, der Clip von vorher oder der Name von dem TikTok-Account. Dockgirl? Hm. Mit dem Zug, Golfball, Gartenschlauch. Hm, ja. Und hier ist das gar nichts vor. Was für ein Problem hat die jetzt? Was sind das für Geräusche, die da rauskommen? Die Druckentlastung vom Benzintank. Wenn man das nicht weiß, ist das ultra verwirrend, muss ich zugeben. Okay. Also ich weiß auch nicht, dass das solche Geräusche macht, aber... Vielleicht hat sie den Tankdeckel aber auch einfach nicht richtig zu und dadurch entstehen dann die Geräusche. Viele Autos haben überhaupt keinen Schraubverschluss mehr. Das ist auch der größte Rotz, ehrlich. Ich hatte das in meinem alten Peugeot im Winter. Ich stand eine Dreiviertelstunde in der Tank und habe diesen scheiß Deckel nicht aufbekommen. Bis jemand mit WD-40 kam, dem deutschesten vom Deutschen. Und dann konnte ich wieder drehen und tanken, weil ich war kurz vor MT und das wäre schlecht gewesen, wenn ich da jetzt hätte wegfahren müssen, ohne zu tanken. Dann haben wir noch meinen Schlüssel heiß gemacht mit einem Feuerzeug, damit das Schloss wieder gängig wird. Oh Gott. Ja, das war ganz furchtbar. Vor allem, es war halt auch alles aus Metall, ne? Der ganze Tankdeckel war aus Metall. Ich musste es aufschließen mit meinem Autoschlüssel und ich konnte es halt einfach nicht drehen. Es ging nicht. Das war sehr bitter. Das ist ein Gastang, nicht Sprit. Okay, das weiß ich nicht. Ich wäre jetzt von Sprit ausgegangen. Weil... Ne, das sieht eher aus wie Erdgas. Aber wir sind in den USA. Na und? Die fahren doch sowas doch nicht. Bist du sicher über das? Ich habe keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hätte gewettet, dass wäre ein Sechstjähriger vorbei gekommen und hat den Tank aufgemacht. Hm. Vielleicht. Das ist nicht normal. Es ist keine Chance, dass das... Es ist ein... Gott! Natürlich ist es eine echte Katze. Was soll es denn sonst sein? Ein Waschbär oder was? Maybe. You will never know. Aber die bewegt sich halt auch keinen Millimeter, ne? Ja doch, hat so. Der hört sich an wie ein Meerschweinchen. Also die Lache. Okay, ich habe mich wieder. Ja, ja, ein bisschen. Oder wie ein Zebra. It's my favorite. What is she doing? What is this? What? It's like my last brain cell. I won't see that. Ja, wie er gesagt hat, er hat seine letzten zwei Brains, äh, Gernzeln verloren. Ja. Oh Gott. Da ist so wenig und doch gleichzeitig so viel passiert. Die machen sich über den lustig, weil er nicht streben kann. Ja. Schule halt. Das macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist auch nicht lustig. Das macht man nicht lustig. Das macht man nicht lustig. 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3. 9. 1, 2. 9. 1, 2. Bro, ich bin ein f***er Stroke. 1, 2. 9. 1. Now we all know, there's always that one dad at every school. Come on, Zane. Yes, eh. We time all. We time all. Exame on lab. Oh Gott, ich wär gestorben. Das wär mir so peinlich gewesen. BB Crazy. Oh, das wär mir so peinlich gewesen. Ja, der ist doch gerade, der war doch gerade flüchtig. Der wollte weg. Oh, ist das peinlich. Oh, mein Bruder. I see you, Bruder. I see you, Bruder. So. All right, here's the buffet. She gotta wait now. It's not gonna take long. Oh, f***. Dude, they're already coming. Oh, they're already coming, bro. They're already coming. Oh, they're already coming. Oh, they're already coming. Oh, my God. Ja, war voll die lustige Idee. Abgesehen davon, dass das Zeug, was die da draufgelegt haben, für die Tiere tödlich sein kann. Also, wenn die da Butter draufgelegt hätten, was für die Tiere bestimmt ist, wäre das sehr lustig. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Holy. Dude. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. What the? What the shit? Oh. Oh. You're gonna die today, Jake. Don't fucking open it. Wahnsinnig. Die kommen doch da rein. Here's what I painted. Here. Hold it. Okay. Now look at it. Look at it. Oh, did you do that? It's not bad. It's really bad. Jetzt kommt ein Strichmännchen. It's not too bad. I tried to get the texture of the hair right, but I tried. Give it to the details. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Okay, here's my hand. Here's the picture of the hair. Hi. 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 Ah. Hi. 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 Oh Gott. Erst ein Frühsprötchen an der Küste. Ja, ich glaube, da hast du dieselbe Experience. Ja, ich glaube auch. Als was arbeitet die Dame? Das klingt so, als müsste ich überlegen, als was ich arbeite. Projektmanagerin? Projektleiterin bei einem Energie- und Wasserversorger im Bereich Gas-, Wasser-, Strom- und Glasfaserversorgung. Genau, aber auch erst seit dem 1.7., weil ich seitdem erst mit dem Studium fertig bin. Genau. Yes. Ich finde solche Videos absolut anstrengend und unangenehm. Ja, viele Szenen da drin. Nee, jetzt dieses Explizite, was wir gerade gesehen haben. Ach so, ja. Aber nur wegen der Hoch-, also Beschleunigung. Da hätte man auch Cuts setzen können, ohne, ohne dass die Stimmen so piepsig sein müssen. Ja. Obwohl es das schon lustig macht. Nee. Doch, doch, ich finde es lustig. Körperlich tot. Ich finde es super lustig. Ich nehme einen Pfund Glasfaser mit Zwiebeln, bitte. Zuschauer, wo kommt das jetzt schon wieder her? Ich weiß nicht, ob du die Glasfasern haben möchtest, also essen möchtest. Bin ich mir relativ sicher, dass sie nicht so gut schmecken. Ich weiß nicht, mein Tag war schon wieder so anstrengend, dass ich glaube, dass ich jetzt eigentlich weiterreichen würde und du dann noch ein bisschen Gothic oder so weiter zocken kannst. Ja, ich glaube, dann würde ich wirklich Gothic zocken. Ja, und dann haben wir nächste Woche noch ganz entspannt zwei Tage, in denen wir noch ein bisschen Entschrouded spielen können. und dann am übernächsten. Ach nee, stimmt, du bist ja gar nicht da. Genau. Dann werde ich mir was überlegen, was ich im Stream zwei Tage lang spielen kann. Weil übernächste Woche kommt halt die Vollversion von Satisfactory raus und das muss ich spielen. Oh ja. So, mal eben noch mal gucken, wie die Clips, die ich bei Streamclips Germany eingesendet habe, bewertet wurden bis jetzt. Hm. Ist das okay? Der eine ist bei 2,7. Nice. Das ist actually gar nicht so schlecht. Das ist schon krass, dass man sagen muss, dass 2,7 Sterne bei SCG nicht schlecht ist. Ja. Wobei halt auch viele hergehen und die Streamer da halt ultra supporten, dass... Ja, definitiv. Dass sie denen einfach pauschal 5 Sterne geben. Ja, okay, das mache ich nicht. Das mag ich nicht. Also wenn der Clip scheiße ist, dann wird der auch scheiße bewertet. Ja, also mir ist das auch egal, wer da in dem Clip ist. Ich habe auch schon einen Clip von Marty schlecht bewertet. Einfach weil der... Ich fand ihn halt nicht lustig. Ja. Nun gut. Dann war es das von mir. Ich hoffe... Die Act-Videos haben euch gefallen und ich werde euch jetzt noch weiterleiten. Überraschenderweise an der Cock. Wie könnte das bloß passiert sein? It's magic. Mhm. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Morgen früh um 10 Uhr ungefähr. Vielleicht nicht genau, aber ungefähr um 10 Uhr geht es dann weiter mit einer entspannten Runde Minecraft, wo wir ein bisschen in unserer Welt weitermachen. Nice. Ich werde mal versuchen da auch reinzuschauen. Ja, ganz entspannt. Mal gucken, wie lange ich morgen mache. Weil morgen Abend werde ich auf jeden Fall nicht streamen. Da bin ich am Feuerwehrfest. Oh mein Gott, mein Beileid. Ja, ist ja die Feuerwehrwache, wo meine Freundin frei ist. Ah, okay. Trotzdem wird da ein sehr hoher Alkoholkonsum vorhanden sein. Ja, meine Freundin trinkt auch keinen Alkohol, deswegen ist das auch mir egal. Ja, genau. Genau, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Viel Spaß noch und dann sehen wir uns morgen früh in alter Frische wieder. Bis denn, bye bye. Bye bye. Ich habe immer Angst, deinen Namen falsch zu schreiben. Nicht, weil ich ihn nicht schreiben kann, aber einfach, weil ich manchmal das A und das E verwechsel. Ach so, deswegen klucke ich. Klicke ich mittlerweile einfach nur auf Kanal Raiden und dann kannst du anklicken, dem folge ich. Und dann, ja. Ja, ich habe dich da teilweise nicht gefunden, du wurdest mir nicht angezeigt. Deswegen mache ich das jetzt immer über den Chat an sich. Hey, habe ich einen Shadowban bekommen? Ja, wegen nicht anzeigen. Ach so, ja. Ich habe keine Ahnung. Ich habe dich einfach nicht gefunden. So, dann wünsche ich euch jetzt auch hier noch einen wunderschönen Abend und dann ist die Tage mal. Auf jeden. Und dann dir einen schönen Abend noch. Danke gleichfalls. Bis denn, bye bye. Bye bye. Ciao. So. Nein, aber ein Pfund Glasfaser reicht, um die Wohnung zu verkabeln. Und Zwiebeln kann man nicht genug haben. Hat da hast du recht. Auf ins Verderben. Oh ja. Und die 90 Tode sprechen für sich. Eben standen sie am Abgrund. Gleich sind sie einen Schritt weiter. Ja. Es kann nur schlimmer werden. Der Schläfer möge dich behüten. So, dann laufen wir mal zu Korkalum. Und wir müssen irgendwie noch einen Händler finden. Ich glaube hier hinten war einer. Wir brauchen nämlich einen ganzen Apfel. Da. Verdammt, er hat auch keinen Apfel. Wir brauchen echt. Hat er noch was? Darion. Steh nicht im Weg, Mann. Ich will mit. Gut. Nö, der hat auch nix. Er weiß ja nicht mal, wie er ist. Kann ich hier irgendwas verkaufen? Da kannst du eh nix dran ändern. Ich hätte das anders gemacht. Nice. Ich glaub kaum, dass ich daran was änderte. Das war doch schon vorher klar. Ein bisschen Gold. Schade nie. Oder Erz. In dem Fall. So. Dann machen wir hier die Quest. Um noch die Kräuter zu bekommen. So. Haken die im Wasser fest? Verdammt! Haken die im Wasser fest. Die Kackviecher sind echt nervig. Vor allem die macht so übelst viel Schaden und ich weiß nicht warum. Ich denke mal weil ich auf schwer gestellt habe. Oh! Da kommst du. Alter ist das dumm. Oh wartet mal eben. Das war der falsche Dingstens ausgewählt. Äh, falsche Counter. So. Gibt es hier noch was zu entdecken? Könnte mal da hingehen. Vielleicht ist ja in diesen Kisten und so weiter irgendwas. Was wir sehen. Obwohl ich retten kann. Oder nur starke Heilkräuter. Okay. Okay. Äh, was ist hier drüben noch? Zumpfraut. Hey. Hey. Mal gucken ob das gut funktioniert hat. Die laufen jetzt hoffentlich nicht hinterher. Die laufen jetzt hoffentlich nicht hinterher. Okay. Wow. 85 Stärke brauchen wir. Okay. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Das ist ein bisschen was. Okay. Da ist eine Blutfliege drin. Das ist eine Blutfliege drin. Okay. Okay. Uzzul ist tot. Die Truhe ist leer. Dann hauen wir hier ab. Und dann haben wir hier. Und dann können wir das noch mal wieder rein. Das ist ein bisschen weg. Bis zum nächsten Mal. Auf geht's. Okay, versuchen wir unser Glück. Oh, ich wollte nur einen. Okay, 1, 4 noch 2. Woah! No, come. Noch eine, Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Okay, top. Dann haben wir das auch geschafft. Dann können wir mit seinem Vorrat zu Korkalom gehen. Hello, friend. Ein Idiot wäre zu dumm, um mich aufs Kreuz zu legen, richtig? Hier, nehmen die Ernte und bring sie zu Korkalom. Falls er meckert, es sei zu wenig, sag ihm, er soll seinen Hintern hier selber hinbewegen. Dann kann er mal sehen, wie viel Arbeit das ist. Okay. Thank you. Nice. Nice. So, dann können wir jetzt ernsthaft einmal zu Korkalom gehen, aber vorher pennen wir, würde ich sagen. Wow, okay. So, da oben... Da oben ist unsere... Bitte. Da. Ne, ich nehme lieber den Aufgang, weil bei dem anderen weckern die rum. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. War das hier unsere Hütte? Sieht ganz danach aus, ja. So, dann wollen wir doch mal zu Korklom. Speichern, Safety first natürlich. Neus. Wieso kann ich nicht mit dem sprechen? Kane. Hä? Hey du! Okay. Lade ich einmal. Was willst du? Ich will in die Bruderschaft aufgenommen werden. Ich habe gehört, du bist der Meister der Novizen und entscheidest, wer aufgenommen wird. Ich habe keine Zeit. Meine Experimente sind zu wichtig, als dass ich mich um neue Novizen kümmern könnte. Ich verlasse mich auf das Urteil der Baals. Wenn sie sagen, dass du bereit bist, die Robe eines Novizen zu tragen, kehre zu mir zurück. Ach, was willst du? Ich glaube, ich habe die Baals überzeugt. Baal Namib ist überzeugt, dass ich ein wahrer Anhänger des Glaubens bin. Und? Das war alles. Du stehst mir meine kostbare Zeit. Komm wieder, wenn mindestens vier der Baals dich für würdig erachten. Ah. Was machst du für Experimente? Meine Forschung befindet sich auf einer Ebene, von der du nichts verstehst, Bursche. Also verschwende nicht meine Zeit. Ich bringe die tägliche Sumpfkrauternte. Ach, gib her und verzieh dich wieder. Mach Platz. So, ich will mal gucken, was das sagt, wenn ich ihm sage. Einer der Händler aus dem alten Lager will als Rezept für einen Heiltrank von dir haben. Meine Rezepte sind unverkäuflich. Okay, sie an uns. Okay. Mach. Laden wir einmal. Und dann würde ich bis zur Nacht. Oder? Das Ding kriege ich nie auf. Oh, ich brauche Talent Schlossknacken. Okay. Gucken wir mal in die einzelnen Hütten rein. Vielleicht sehen wir hier irgendwo. Ähm, Dingenskirchen, wie heißt das? Irgendwo noch ein Apfel. Hier ist auch nichts. Und wir haben unser Ziel nie aus den Augen verloren. Haben nicht aufgehebt. Okay, das hat gut geklappt. So, wo können wir dann zurückkehren? Habe ich einen Schlafzauber? Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Quatsch wird viel. Das ist doch alles nur Gerede. Solange ich damit nicht zu tun habe. Okay. Wir könnten mal gucken, ob wir das Drogenlager auseinander nehmen. Das wäre noch eine Maßnahme. Aber die Strecke immer zu laufen, ist echt uff. So, pass. Okay. Dann gucken wir jetzt mal hier weiter. Folgen wir einfach mal den Weg hier. Oh, da sind Wölfe. Und die lassen wir mal lieber in Ruhe. Hier sind noch mehr Wölfe. Oh, oh. Das Fleisch hat auch noch nie geschadet. Ja, okay. Okay. Oh Gott, drei Wölfe. Okay, gut. Dann nehmen wir eben ein paar Kräuter zu uns. Wow. Großes Rudel anwölfen. Ich werde mich verfolgt. Das ist schon mal sehr gut. Alles voll damit. Wie ist das hinten? Und das. Okay. Okay, lauf mich hier runter. Dann. Ach, was rum ist denn das? Nepper. Äh, nee. Also hier gefühlt wirst du hier von einem getötet. Das ist schlimmer als ein Souls-Game. Ja, viel schlimmer als ein Souls-Game. Ich habe kaum Schaden gemacht und kriege richtig Schaden reingedrückt. Ich glaube, es war doch nicht die beste Entscheidung, am Anfang zu sagen, dass das Spiel schwer sein soll. Gehe ich jetzt mal ganz stark davon aus. Ja, also. Also, es ist zwar unwahrscheinlich, dass es daran liegt, aber. Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ich hier einen Fehler getragen habe. Ich wollte vielleicht mal gucken, wenn es wirklich zu nervig wird. Und ob man die Schwierigkeit wieder runterstellen kann. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Den Mist lasse ich mir nicht andrehen. Oh, schade. Oh, schade. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich habe nicht daran gedacht. Ich habe das nicht gedacht. Ja, das weiß ich nicht. Das ist ja vom Modpack her, der das hier verursacht. Wie steht's mit meinem Ansehen im Lager? Ich hab mal mit... Und? Skatty hat mir... Und der war sehr gespüßelt. Mach's gut. Mal kicken, ob man das anpassen kann. Aber das würde ich dann heute Abend mal gucken. Oder heute Nacht besser gesagt. Wohl, was hat er denn hier als Buch? Doch. Lass mich vorbei. Ich halte mich da lieber raus. Hey du. Zeig mir deine... Ich habe hier... So. Oh. 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 Vielleicht hat der hier noch irgendwas rumfliegen. Nö, okay, schade. Was ist das denn? Eine leere Höhle, okay. Ich wollte mal eben kurz was gucken. Und zwar in dem Gothic-Ordner. Ob das vielleicht so ist, wie du gesagt hast. Nur nicht mit dem Editor, sondern einfach direkt mit dem Save-Game. Vielleicht geht es so relativ easy. Oh krass. Okay, scheint nicht so zu sein. Ja, genau. Hatte ich auch. Dunkel im Kopf. Ähm, ich würde aber einfach mal auf der Mod-Seite selbst gucken. Ob die da vielleicht irgendwas geschrieben haben oder so. War nicht besonders schlau. In seiner Haut will ich trotzdem nichts stecken. Verdammt. Wie geht es? Ich schlau. Ich vers Ohne in diesem. Ich vers Ohne. Von der Mom-Seite selbst. Ich vers Ohne in dem. Ohne in dem. Ich vers Ohne in dem! Ein für in dem. Ah! 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 greifen wir glaube ich lieber vom Boden aus an und nicht von oben runterjumpen vielleicht können wir die ja einzeln rauslocken aber ich habe das Gefühl dass das Spiel schwerer ist als es sein müsste ja du kannst dich nicht bewegen du fokussierst einen Gegner an was automatisch passiert und dann kannst du dich nicht richtig bewegen das ist total nervig deswegen haggelst du auch so komisch durch die Gegend wegen dem Nostalgie kick würde ich sagen das Problem ist meins feigling kommt zurück ja hattest du erzählt konntest du den jetzt eigentlich auch erfolgreich zurückschicken okay so Ah, okay. Dann drücke ich dir da mal die Daumen, dass das erfolgreich durchläuft. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Okay, halt. Oh Gott. Ich verstehe es nicht. Okay. Okay. Und dann machst du das jetzt das Wochenende. Okay. Ähm, noch eine andere Frage. Warum schickst du den CPU nicht zurück zu dem Händler? Weil das ist ja offensichtlich defekt geliefert worden. Oder geht das in dem Fall nicht, weil du das schon ausgepackt hast. Das Ding kriege ich nie auf. Das Ding kriege ich nie auf. Wow. Oh. Okay. Okay. Da drauf hätte ich auch keine Lust. Die Garantieleistung läuft über AMD. Okay. Ja. Okay. Ja, das ist dann natürlich klar, dass es dann anders laufen muss. Was kannst du kommen drauf? Was kannst du kommen drauf? Was kannst du kommen drauf? Boah, ich will nochmal irgendwas ausprobieren. Okay, das hat nix dazu gebracht, ne. Schade mit E. Hallo ist crazy. Und danke für den Follow. Aber dein Support-Mitarbeiter, der sich für dich bedankt, ist ja auch nicht selbstverständlich. Ja, auf jeden Fall. Kannst du mir was beibringen? Ja. Du bist am Ende deiner Möglichkeit. Komm bald weg. Mach's gut. Ah, alles gut. Du hast einen beschissenen Tag genug. Also da kannst du auch ganz entspannt schlafen, würde ich sagen. Ja. 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 evtl Gut. Ach nicht. So. Ne, das ist nicht gut für die Umwelt. Weil alles weiter lief, oder wie? Oh. Okay. Also, Crazy ist im Krankenhaus und potenziell auf Schmerzmitteln. Hey, du! Glück gehabt! Ja, das ist ja normal im Krankenhaus. Oh Gott. Hm, abgebrochen. Hm, abgebrochen. Wow. Okay, das lassen wir. Äh, weswegen im Krankenhaus hab ich einen gewissen Grad und Schmerzen. Äh, yo. Das Ding krieg ich nie auf. Was ein bisschen übel ist, yo. Oh. So, wir suchen Äpfel. Ja. Sollte eigentlich ja nicht passieren, aber wenns passiert ist immer kacke. Okay. Okay. Ja, da kann ich auch ein Lied von singen. Und wünscht man dann keinem. Das Ding krieg ich nie auf. Das Ding krieg ich nie auf. Ach. Trotzdem. Gute Besserung sollte man immer wünschen. Ja, nee. Warum extra strugglen, wenn man es anders machen kann? Also, so sehe ich das. Aber natürlich nicht übertreiben. So wenig wie möglich nehmen. Okay, okay. Willst du dich noch mal? Warum bist du hier und nicht im Lager? Ja. Oh. Ich hab nicht die richtige Waffe. Ich hab nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Ja, Crazy hat einmal am Buffet genascht mit der Verletzung. Gebrochene Rippen, Sprunggelenk und Gehirnerschütterung. Ich hab nicht die richtige Waffe. Ich hab nicht die richtige Waffe. Wir sehen uns. Ich hab nicht die richtige Waffe. Und vielleicht hatte ich eine. Da bin ich mir aber eher unsicher, weil ich damit nicht im Krankenhaus war. Oder? Doch. War ich im Krankenhaus? Ach. Mir ist bei 110 oder 120 Sachen ein Vogelfrontal hier vorne gegen den Helm geschallert. Und sich in seine, also der Vogel hat sich dann in seine Bestandteile aufgelöst. Und ich war neben dem Seitenstreifen und hab gekotzt. Äh, ja. Die hat sich ins Bett gehauen. Die ist unter der Woche viel am Arbeiten. Und dann Freitags zum Beispiel. Sie findet Reacts, äh, schauen anstrengend. Weswegen sie dann, äh, lieber dann früher Feierabend macht. Und morgen früh dann ab circa 10 Uhr wird sie dann, ähm, ah, wie heißt das gleich noch? Äh, Minecraft spielen. Hehehehe, witzig, Zuschauer. Äh, ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich jemals eine 10 auf der Schmerzskala hatte. Ähm. Also persönliches Empfinden, das was ich bis jetzt kennengelernt hab, ist noch nie etwas an den Schmerz rangekommen. Äh. Oh, was war das? Schmerztechnisch? Ich bin grad am überlegen, was wirklich das Schmerzhafteste war, was ich je hatte. Aber mir fällt echt nix ein. Das war nur immer ein kurzer Schmerz. Also das würde ich nicht so richtig zählen. Hm, doch. Ich hab einen Schmerz, der echt bis jetzt, äh, schlimmer war als ein Kreuzbandriss. Obwohl das nicht so schlimm war wie ein Kreuzbandriss. Ähm. Ah, wie heißt das gleich noch? Eine Einbruchfraktur im Schienbeinknochen. Das war schmerzhaft. Ähm. Da konntest du nix machen, weil die nur leicht war. Aber ich konnte für drei Wochen nicht auftreten. Und die ersten Tage habe ich meinen Fuß nicht gespürt vor Schmerzen. Das war nett. Aber das war der schlimmste Schmerz bis jetzt. Also ein Kreuzbandriss war da ein Scheiß gegen. So. Ab 8 fang ich an zu kotzen vor Schmerzen und mit dem Kopf gegen die Wand rammen. Ist angenehmer als das sonst nicht. Ah, okay. Das... Ja, und dann stell dir vor, der Knochen bricht einfach nach innen ein. Also ich hab jetzt ne Delle im Schienbein. Ähm. Ich hab's eher, dass mir vor Kopfschmerzen schwindelig wird. Aber das lässt sich halt mit einer 400er Ibuprofen beheben. Also ich muss mich dann auch nicht übergeben vor Schmerzen. Sondern einfach nur, dass es dann zu dem Zeitpunkt ist mir einfach schwindelig geworden. Würde ich eher sagen. Und nicht schmerztechnisch. Deswegen kann ich so Migräne, ähm, überhaupt nicht einschätzen. Ja, und sonst versuche ich auch dauerhaft von, ähm, Schmerzmitteln wegzubleiben. WLちょっと dauerhaft von, bitte. Wenn du livestream Drivingō in den Rosa. Ved du gesund? Lass uns gewoon lägen. Ich werd bitte schneller geben. abgebrochen abgebrochen Machen wir hier ein bisschen Cheaterei Ich will meine Dietrich hier nicht verschwenden Und ich kriege Probleme, wenn sich Schmerzen einschleichen Die merke ich sehr lange nicht abgebrochen Ja, kenne ich auch Ich habe das mit meinen Knien zum Teil Dass ich dadurch halt dann so Dauerschmerz nicht feststelle Aber Oh, Blinddarm Okay Ja Aber da hast du recht Ich bin auch so jemand Ich gehe dann erst hin, wenn es wirklich Hardcore ist Das hatte ich bei meinem Bei meiner Gallenblase, wo die rausgenommen worden ist Da bin ich erst ins Krankenhaus gefahren Als ich ein fein säuberlich gemeißeltes Sixpack Bei meinem jetzigen Körperbau hatte Weil sich die Bauchmuskulatur so zusammengezogen hat Um alles zu schützen Dass ich im wahrsten Sinne des Wortes Das war wirklich steinhart Du konntest kaum die Haut eindrücken Und das war alles nicht nur angeschwollen Sondern die Muskeln kamen richtig raus Und das war richtig übel Da habe ich im Krankenhaus dann Irgendwie irgendein geiles Schmerzmittel Intervenös bekommen Das Schmerzmittel hat dann geholfen Und dann hat sich das alles entspannt Aber das war dann auch Am nächsten Morgen Ich war um Drei Uhr nachts in der Notaufnahme Und um acht Uhr morgens wurde ich dann operiert Also ich kann das nachvollziehen Wenn du dann wirklich Boah, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen Sind ein bisschen stärker Wartest du jetzt noch? Das sind nur Bauchschmerzen Brauchst nicht ins Krankenhaus Und dann kommt Kacke Aus deinen Bauchschmerzen sind das geworden Das war wirklich Ich hatte als letztes Triptan Ich habe schon mal von Triptan gehört Aber ich weiß nicht welche Wie krass das ist Aber ich glaube das ist krass Weil von irgendjemandem habe ich gehört Der auch Migräne Patient ist Dass der das nimmt Wait a moment Ich werde in die Nase eingeschossen Selbst und darf nichts mehr geben Werden in die Nase eingeschossen Ach eingeschossen Selbst Oh Gott Alter ist das übel Alter ist das übel Okay Nee Dann hatte das Dann kenne ich das doch nicht Das ist auch übel Ja Das ist auch nicht Oh ich schade Ich habe quasi Jess Ich habe ihn weg Oh ich habeTom Ich habe ihn weg Ich habe ihn weg Ich habe ihn weg kacke ist das teuer was anderes kannst du ja echt nicht mehr sagen ich könnte mir da im wahrsten Sinne des Wortes echt was angenehmeres vorstellen als mir eine Nadel in die Nase zu jagen damit okay ich glaube es ist alles nicht angenehm wenn du schon auf dem Zug bist dass du dir lieber eine Nadel in die Nase jagst damit die Schmerzen weggehen da muss ich wirklich sagen bin ich heilfroh darum dass ich das nicht habe das einzige oder eher Nasenspray mäßig okay fängt an meine Nase zu kitzeln es hört sich sehr unangenehm an oh okay oh krass oh krass oh krass so dann untersuchen wir hier das lage ein wenig ob wir hier noch irgendwie was fienden bei dir kann ich habe der hat auch nichts mehr alles hört sich definitiv nicht feuerlich an dafür brauche ich den schlüssel und das geht ab stufe 8 plus nee also dies diese stufe von schmerzen hatte ich noch nicht also ich vergleiche alles mit mir bekannten schmerzen immer also deswegen mache ich auch niemandem einen vorwurf der sagt ich habe schmerzen stufe 10 wenn das das einzige ist was man kennt dann gehe ich davon aus dass das stimmt ich weiß nicht gibt es beschreibungen für einzelne schmerz stufen weil wenn man das nicht einschätzen kann was die kranker müssen irgendwo ein nest haben wenn wir nur wüssten wo es ist dann würden möge der schläfer dich schützen und sich mal gucken und sich mal gucken das ist total der absolute leben der schmerzen nichts anders mehr war ja nee das das hatte ich definitiv noch nicht und sich mal gucken und sich mal gucken Was ist hier? So. Schmerz-Skala-Einstufung Schmerz-Skala ist eine eigene Schmerz-Skala-Einstufung Stufenbeschreibung Ah So Okay, dann war das Stärkste, was ich bis jetzt hatte, eine Sektion Sieben Ich habe hier gerade was gefunden Okay, aber nee Also ich bin vor Schmerzen nachts wach geworden Aber die haben mich selbst nicht eingeschränkt Also das ist für Das ist total dämlich Okay, das Schienbein-Ding Das war vielleicht doch eine Acht Für Fünf Minuten Und danach ist das runter auf eine Sieben oder Sechs gerutscht Oder auf eine Fünf Ja, das ist aber dumm Alles über eine Vier ist dumm Alles über eine Drei So würde ich fast sagen Oh Moment Oh Oh Ja Das ist so schwer einzustufen Also für mich in meinem Kopf Weil ich habe schon mal Momente gehabt, wo ich sowas gerne machen wollte Besonders als ich Nasen-Nebenhöhlen-Entzündungen hatte Ähm Aber das ließ sich überbrücken halt, ne Also deswegen würde ich das dahingehend dann wieder nicht so einschätzen So, Moment, ich würde hier mal gucken Das ist doch so schwer Ich werde mich überlegen Ich werde mich überlegen Oh 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 Amen. Pistos. 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 Vielen Dank. Körperkontrolle, Stoßatmung, Erbrechen, ja genau und sowas hatte ich halt noch nicht, muss ich ganz klar so sagen. Stoßatmung. Gibt es hier irgendwas mit Schwierigkeitsgrad? Oh, was ist denn Augenmigrine? Gibt es hier irgendwas mit Schwierigkeitsgrad? 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 Gibt es hier nichts. Da kann ich wieder sagen, da bin ich heilfroh, dass ich das noch nicht hatte. Heute Abend gibt es Fleisch. Oh oh. Oh, und wer ist denn Ulbart? Ich gehe Hilfe, Ulf. Wie steht's? Mann, geh mir nicht auf den Sack. Ja, trotzdem, also muss ja nicht sein, ne? Auch wenn man das seit der Geburt hat, ne? Ähm, muss nicht, muss nicht, muss nicht sein. Das ist doch alles nur geredet. Und der Geschichte muss wohl doch was dran. Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, Quatsch. Ja, wie du meinst. Er hat auf die falschen Leute gerettet. So. Ist hier irgendwas Spannendes? Aussage Abendkraut. Au. Au. Okay, ja. Wenn der Körper dann so weit dich abgeschottet hat, dass du das nicht mehr wahrnehmen kannst, ist das echt problematisch. Ja. Das ist nicht gut. Vor allem nur einziehen und dann ist es sowas, ne? Das ist nicht gut. Achtest du dann jetzt vermehrt auf solche Anzeichen, die du an sich eigentlich ignorieren würdest, aber dann sagst, okay, trotzdem ist das irgendwie komisch. Ich sollte doch mal lieber zum Arzt gehen. Oh, da gehen wir nicht runter. Impulsschmerzen nimmst du wahr. Ja, aber dieses wie du das gesagt hattest, dieses, was sich anschleicht. Ah, okay. Ich wüsste auch nicht, was man da sonst machen kann, ne? Ja. Also, das ist ja, Of course ich jetzt mal. Okay. Ich wüsste auch nicht, was man da sonst Ja. Ich wüsste auch nicht, Então, ja. Ja, ich wüsste auch nicht, wenn du das nicht mehr Ich wüsste auch nicht mehr. Weil sich das langsam anschleicht und du nicht merkst, dass sich was verändert hat oder sowas Ja, aber das ist ja Man, sowas hab ich ja gar nicht gedacht Das ist ja nächststufe anbeschissen Was Ist das auch wieder so eine Richtskala Amsterdamer Kriterien Drei Einschläge in der nächsten Verwandtschaft Oder ist das Kriegst dann alle Vorsorge Oh, okay Okay Krass Aber zum Glück würde ich sagen Also, dass man Das dann eher bekommt als Äh Ein, das dann auch noch Verwehrt wird Viel Glück noch Du weißt ja, wo du Hey du Weil das die Chance Next von den Ja Ist das so Weißt du, was ich noch viel weniger leiden kann als Faul Lass mich mal vorbei Oh Lass mich mal vorbei Oh Mann, ey Das ist ja auch Hart Hartkacke Naja Ähm Ich würde jetzt aber einmal gern eine ganz kurze Pause machen Ähm Dann würde ich sagen Sehen wir uns gleich wieder Ähm Hol dir was zu trinken oder was zu essen Und Ja Dann Machen wir hier gleich weiter Oh, ich hab letztes Jahr Oh, nice Ich weiß jetzt nicht, ob gut oder schlecht Na, ich denke aber mal gut, ne Naja Ich, ich würde mal eben Fix laufen Und dann Sehen wir uns wie gesagt gleich wieder Also Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Bis gleich Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das wird dir noch leidtun. Was zum... Oh. Ja, verschwinde. Feigling, komm zurück! Verdammt! Oh. Feigling, komm zurück! Noll, ist der Hardcore. So, ich warte mal. Ich will mal eben gucken. Und zwar... Ich versuchte euch selber auf unser Handeln. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schau dir, schau dir. Hätte ja klappen können. Kann ich mit ihm handeln? 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 Ich möchte schlafen. Geh zur Seite! Auf jeden Fall war die Steiferrunde gesprengt. Ich glaube auch. Und mit sowas hat doch keiner gerechnet, oder? Finde ich gut. Das ist doch wirklich nicht mein Problem. Hey du! Einige vorweg hatten wieder angefangen zu sabbeln. Okay, was... Gequatscht wird. Was meinst du damit? Also andere Bewerber haben die dann einfach dicht gelabert, oder wie? Ja... Genau das habe ich auch. In der Geschichte muss wohl doch... Verlass dich auf jemanden und du bist... Verlass dich auf jemanden und du bist... Verlass dich auf jemanden und du bist... Hast du zu sein? Guck mal? Ja... Ich höre nicht mehr auf das Gefahr. Okay. Wenn du damit die Stimmung auflockern konntest und alles ist... Das ist mega... Vor allem, ich fang doch nicht an zu labern, wenn ich... Ähm... ...mich vorstellen möchte. Ja, das muss echt nicht sein. Also ich will doch erstmal die Leute kennenlernen und dann ... Ja, genau das meine ich. Also mich interessiert vielmehr am Anfang, wer ist die Person? Wie verhält die sich und 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 damit lege ich erstmal fest, ob die in mein Team reinpasst. Und wenn die in mein Team reinpassen sollte, dann gehe ich auf ... ... aufs Fachliche. Was hast du? Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mal. Mit dem Kram kann ich nichts anfangen. Lass mich mal durch. Hier kann man sowas nicht anfangen. Dann war die Runde deutlich entspannter. Danach war die Runde deutlich entspannter. Und die Nachfolgenden haben sich auf das Weg beschränkt. Ja. So muss es sein. Ja. So. So. 4 4 4 4 4 4 der kampf ist entschieden du wirst wenig zeit haben das zu bereuen bis spät so damit haben wir schierig du mieser Dieb ich will dich leiden sehen hey du verzeh dich raus hier du mieser Dieb ich will dich leiden sehen dein Glück aber ich hätte dir auch gerne die Fresse put ja die haben alle so ein bisschen alzheimer aber nur kleines bisschen mach ich direkt oh ja ich glaube ich mach mal direkt 25 machs gut ich bin immer noch anfänger kacke also das problem ist ja wirklich das war doch klar dass es ärger geht Wollen wir mal gucken, ob wir gegen den Wolf hier oben eine Chance haben. Ich glaube, da hättest du locker flockig einen rausholen können. So kacke, wie das da alles war, ähm, das hätte ruhig geklappt. Äh, ja. Das meine ich halt. Äh, ja. Äh, ja. Ja, der Teil gestern vom Stream war echt katastrophal. Äh, ja. 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 Nice. Wir sind auf der richtigen Richtung. Ja. 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 Da dürfte ich nicht wohl stellen, da gäbe es sofort Reaction drauf. Mani hat ja nie wieder mit mir gespr- Ah, Shit. Na, mit Glück kannst du dich zusammenreißen. So. Wow. So, ich glaube ich will mal was austesten. Hm. Willkommen in der Kolonie. Äh, so Sachen unter der Gürtellinie, da sind für mich zwei Bälle. Äh, zwei Millimeter vor der, okay. Nice. Nice. Willkommen in der... Ah. Netter kam. Noch einmal und du kannst was erleben. Netter kam. Scheiße. Nicht mal ärzt dabei. Das reicht. Lass ihn in Ruhe. Macht, dass ihr wegkommt. ... Dich mit war. Dich mit war. Eine herauszufinden. Dich so einfach.. und das meint ja hier ich wir sehen uns immer bevor ich es fängt das leben in der kolonie kann ich werde es mir gut so 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 Ich glaube, ich muss jetzt leider die Fresse polieren. Wir haben unseren Spaß gehabt. Ich glaube, du hast mich nicht ver- Na gut. Ah, schöner Kampf. Noch einmal. Und du bist tot. Jau. Was für ein Arsch. Okay, dann haben wir jetzt die Sachen abgeliefert und wurden über den Tisch gezogen. Was ne Gemeinheit. Was für ein Arsch. Was für ein Arsch. Oh Oh Dann testen wir doch mal den Lurker hier Okay Oh 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 Ah Ah Was ist das? Ich frag mich echt, ob das Safe Game irgendwie, also der Schwierigkeitsgrad extra nochmal in der Nummer nach oben gestuft worden ist. Jaaaa... da ich auch das gefühl habe dass zum teil die ich weiß nicht ob du das auch zwischendurch siehst ich treffe den gegner zieht dem 1 hp ab ich treffe den gegner noch mal zieht in 1 hp ab ich treffe den gegner zum dritten mal zieht dem 40 hp ab also das gefühl habe ich zwischendurch und dass er diesen fucking fokus hält ja Ha! I don't need to do that! Das war's für heute. Das ist ja schlimm. Das war's für heute. Das fühlt sich an, als ob man hier gegen einen Endboss kämpft. Das wäre jetzt so maximal nervig geworden. Das ist ja schlimm. Wir haben's geschafft. Wow. Alter Schwede. Ja, also ich gucke mir definitiv mal die Config-File dann nochmal in Ruhe an und gucke mal, ob man hier irgendwas drinne steht. Und wie man den Schwierigkeitsgrad runterstellen kann. So, und ich kann mich dunkel erinnern, ja, der war schwer, aber du konntest den besiegen. Und das hier ist ja, man muss ja dazu sagen, das ist eine Quest, um ins neue Lager reinzukommen. Ich hab' das Biest erledigt. Gut. Ich habe schon zusammen mit einigen von Reislords Leuten die Schäden behoben, die es bisher angerichtet hat. Jetzt kann ich mich endlich mal wieder in Ruhe schlafen, Lady. Okay. Ja, das hat er wirklich behauptet. Willkommen zurück. Ist das jetzt wieder synchron? Ähm. Funktioniert der Sprachgebrauch außerordentlich gut oder ist er problematisch? Hey du. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte. Ich könnte. Ja, ist wieder synchron. Super. Zeig mir, wie du wünschst. Nördlich des alten Lagers. Ja, genau. Moment. Aufnahme ins... Also, zum Mord aufgeschehen. Also, zum Mord aufgeschehen. Ich danke dir. Ja! Untertitelung des ZDF, 2020 So, dann gucken wir mal nördlich des Lagers. Da war irgendwas mit bei Nacht an den Snappern vorbeischleichen. Und hier könnten wir einmal gucken, ob wir jetzt die Truhen knacken können. Obwohl wir da relativ schlecht sind. Das Ding krieg ich nie auf. Okay. 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 Also in dem Brief von Salem stand irgendwas, ne, für Salem stand drin, dass das nördlich hiervon ist und dass man sich nachts an den Snappern vorbeischleichen soll. Also schlafen wir jetzt ein bisschen nachten und versuchen dann unseren Glück, würde ich sagen. Okay so that kind is. Oh! Vielen Dank. Ah, habe ich doch was gehört. Verdammt. Was ist das hier? Was zum To... Oh oh. Wieso denn es sind nicht Räuber? Oh. 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 Okay. Oh, okay. Okay, mal hier rein. Whoa, wow, wow. Whoa. Okay. 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 Wow. Okay. 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 Was zum... Es gibt auch so Scherze wie, warum wird mir nur ein HP abgezogen und dann wieder 30. Noch ein Was zum Noch Was zur Hölle ist das die Frau von dem Typen gewesen der dadurch gedreht ist Alter das geht hier mal gar nicht Wenn du das nächste Mal das Kopf von der Sekte bringst dann komm direkt zu unserem Lager nördlich Die kleine Höhle im Wald nördlich des alten Lagers ist nicht mehr sicher Ah So mal gucken ob die Wölfe uns angreifen werden aber warum denn nur warum warum drehen die Leute Das ist durch So 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 die sollten in einer geschlossenen Psychiatrie dann untergebracht werden. Und zwar auf Kosten des Steuerzahlers, aber da sollte das Wort lebenslänglich vollkommen zutreffen. Weil wer sich so wenig unter Kontrolle hat, hat es dann auch nicht besser verdient, sag ich jetzt mal. So, so 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 wir probieren jetzt noch mal was aus. Ich weiß aber nicht, ob Sicherungsverwahrung ob es das das Richtige wäre. Aber wenn es dann die geschlossene ist, dann auf jeden Fall. weil weil die sollten nicht mehr frei hier rumlaufen dürfen. Oh aus dir mach ich Gulasch! Drecksvieh! Es ist lebenslänglich sicher, dass ein Tag geschlossen ist. Es ist lebenslänglich Okay, gut. Ja. Am liebsten würde ich dann ja nur sagen, ähm jeden Tag äh Fotos und Videos von den Opfern angucken. Was zum Teufel machst du hier? Ich würde euch ein Angebot machen. Was für ein Angebot? Das werde ich mit demjenigen bereden, der hier das Sagen hat. Nein, das kann ich nicht machen. Los, bring mich hin, bevor ich es mir anders überlege. Ihr braucht doch das Zeug von der Sekte, oder? Ah, na gut. Folge mir. Aber keine faulen Tricks. Ah, ich weiß. Aus dir mach ich Gulasch, Drecksvieh! Oho. Oho. Oh Gott sei Dank. Jaaa. Oho. 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 Also klar, ich weiß natürlich, dass die meisten Leute für sowas eher nichts können. Aber trotzdem ist es halt kacke. Soh. Jaaa. Oh. Oh, 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 oh. Oh oh. Ah, ich weiß aber nicht, ob man da in zwei Klassen dann reden sollte, ähm. Ja. Ja. Nee. Dafür brauche ich den Schlüssel. Nee, das ist ein echt Kack-Thema. Oh, ist jetzt der... Gothic 1 Resurrect NPC. Ja. 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 So. Ja. auf eine bipolare störung geht damit auch durch die decke ja also kaufen konntest du das schon immer und ich glaube nicht dass das sich großartig geändert hat ich muss mal eben was anpassen wo gab es hier highlight hier hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nice. So. Gott sei Dank Okay Bin ich die los geworden Dann würde ich jetzt den anderen da weg bringen Und nochmal mit Tore sprechen Ich muss in die Burg Und ich Ja Na gut Den geb ich nicht Schon vergessen Natürlich bist Okay Wie steht's mit Ich hab mal mit ein paar Leute Und? Skatty hat mir gesagt er wäre Und er war sehr gespannt ob du Quistler hat mir von der Sache mit Fisk erzählt Also ich Sly hat mir erzählt Fingers sagt Du hättest Dexter muss ich noch ein erster Aber es gibt keine Torus sagt so einen wie dich Alles in allem schon nicht so schl Okay Wir könnten einmal Nochmal versuchen hier die Gegen Kirgur zu kämpfen Zusammen sind wir echt unschlagbar Wir könnten das alte Lager übernehmen Mit den Erzbaronen werden wir schon fertig Wir sind ja zu zweit Ich werde mir etwas aus Ich habe gegen Kirgur Und du hast dich Du erwartest hoffentlich nicht Dass ich durch dein Hi Willst du dich noch Was suchen wir denn hier mal Hey du Ich Du Tu dir selber ein Dann fällt dir nicht Du bist was? Du Und im übrigen Gibt es nur einen Es wird mir ein Kommt der hier noch raus? Willst du mich angreifen? Schmerzen sind eine Frage des Willens Der hat genug Ja Das wird dann wohl später mal gemacht Hey du Ich habe mal mit ein paar Leuten geredet Und? Und er war sehr gespannt Whistler hat mir Sly hat Fingersack Dexter muss ich noch ein Aber es gibt Toros sagt Alles in allem Mach's gut Er hat auf die falsche Leute So Wie oft Wer ist denn Jesse? Hey du Oh Ja das die Ich bin Okay Lass uns Und die Sache mit dem Ernst Regeln ist gut So Dann Gehen wir jetzt mal zum Sektenlager Zeig mir das Ich habe ihn Als ob ich nicht schon Der letzte Scheiß Okay Ja ich werde heute auch nicht mehr So lange machen Wir machen einen kleinen Spaziergang Hier sind 100 Ich habe nichts Kommt das die denn mit? Und dem geht es auch gut Dem geht es auch gut Okay dann Einen schönen Abend dir Und Dann vielleicht bis morgen Eine gute Nacht Und schlaf gut Und ja Dankeschön Bis morgen Bis morgen Dann 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 B So. Verlassener Minenschacht mit Fässern. Das können wir dann auch noch holen. Hinter einigen Sträuchern liegt eine Höhle. Dort ist es. Das hat dich einen großen Schritt zur Erleuchtung gebracht. Was die Ungläubigen betrifft, sie werden den Zorn des Schläfers zu spüren bekommen. Ist das abgeschaut? Ja. Nice. Ja. 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 Dannen Sie sind eine Höhle. Warum wählt er immer hier rum? Hey du. Okay. Gucken wir, ob dann, wenn ich hier hochgehe. Hey du. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Warum? Ich erzähl dir doch nichts Neues. War das der hier? Der Schläfer führte Iberion. Der Schläfer erschien vor langer Zeit. Der Schläfer. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Ich habe hier jemanden, der dich kennenlernen möchte, Meister. Von heute an wirst du dich täglich vor meiner Hütte einfinden und meinen Worten lauschen. Deine Seele ist noch zu retten. Heißt das, ich bin dabei? Sieht so aus. Okay. Sauber. Nein. Nein. Ich habe ein Crawlerzangen für dich. Gut. Ich glaube, Balnamie bist. Und? Das war alles. Du stehst mir. Wir sehen. Wir sehen noch. Dann muss ich einmal mit dem sprechen. So, das will ich mal eben nachgucken. So, das war's für mich. 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 Mitternacht. So, das war's für mich. 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 Warte mal. Okay. Was war das denn, wenn es fertig ist? Was schleißt du da rum? Das Ding kriege ich nie auf. Dafür brauche ich den Schlüssel. Okay. Okay, also muss ich mir als nächstes Schlösserknacken definitiv holen. Dann machen wir jetzt erstmal, sprechen wir mit Chor. Oh, sonst was? Okay, da geht's nicht hoch. Okay. 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 Ah, ich glaube ich habe etwas gefunden. Oh, ich habe sogar Punkte um Diebstahl zu, äh ne, Schlösserklein zu nehmen. Du bist unsere Sammlerfahrt. Damit hast du nicht nur bewiesen, dass du auf unserer Seite stehst. Du hast dich auch als würdiger Diener des Schläpers erwiesen. Du bist meiner Meinung nach bereit, die Robe eines Novizen hinzutragen. Ich habe Kurkalom, das Sumpfkraut gebracht. Daran hast du gut getan. Ich habe eine kleine Belohnung für deine Tür. Hier, nimm es. Es ist ein magischer Schlafzauber. Du kannst ihn nur einmal verwenden, aber er wird dir hoffentlich gute Dienste leisten. Wir belasten jeden Mann bis ans Äußersten, aber es ist ein ... Okay. Nur Iberion und eine Handvoll anderer machten sich auf und gründeten die Bruderschaft. Der Schläfer erschien vor langer Zeit und gab den Menschen eine Vision. Der Schläfer führte Iberion und seine getreuen Anhänger an diesen Ort. Hier ließen sie sich nieder. Die Visionen wurden deutlicher. Jedoch war die geistige Kraft der Brüder nicht ausreichend für einen Kontakt. Langsam, langsam, du hast gewonnen. Okay, das habe ich geklappt. Einer der ... Type sichern Objekt. Das ist das ... Das ist das ... Oh. Okay. Ja, aber ich werde, denke ich mal, für heute... ...definitiv Feierabend machen. Das ist nämlich schon ganz schön spät geworden. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen irgendwie um 15 Uhr oder so wieder. Je nachdem, wie fix ich einpennen kann. Und ja, also wünsche ich euch einen schönen, angenehmen Abend. Eine gute Nacht auf jeden Fall. Errolt euch gut. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit einer Runde. Krassig, würde ich sagen. Also haut rein. Auf, Brian. Bis wieder. Tschau. Gute Nacht.